ARD Text im Auftrag von Funk Wenn ihr das jetzt seht, es ist im Prinzip, wir sind live mit euch jetzt hier dabei, denn wir spielen jetzt ein Spiel, das wir schon mal gespielt haben, es nennt sich Freitag der 13., was ja eigentlich gar nicht passt, weil ja heute Dienstag der 31. ist. Wäre auch ein guter Spieltitel. Dienstag der 31. Warum nicht? Nein, weil die 13. ist ja schon mal umgedreht. Wie nennt man das? Die Spiegelzahl. Spiegelzahl. Ja, und in diesem Spiel geht es darum, dass einer Jason spielt, die anderen spielen die Jugendleiter, heißt das, ne? Opfer. Die Opfer. Und müssen irgendwie von Silver Lake entkommen. Und für alle, die nicht wissen, worum es geht, haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet, der schon mal zeigt, was im vergangenen Freitag der 13. Session sich so ereignet hat. Bitteschön. Manche Monster sind einfach nicht totzukriegen. Maskenmann Jason wurde via Kickstarter-Kampagne wieder zum digitalen Leben erweckt und meuchelt in Friday the 13's die coolen Kids von Camp Crystal Lake. Das Ganze präsentiert sich euch als asynchrone Multiplayer-Schlacht, in der ein Spieler in die vermorderte Haut von Jason schlüpft, während die übrigen Spieler gemeinsam um ihr Leben fürchten. Letztere können entweder die Flucht ergreifen oder sich Jason stellen. Wir drücken bei diesem wenig aussichtsreichen Kampf beide Daumen. Jason wiederum kann auf seine ganz eigenen Skills zurückgreifen, um seine Opfer aufzuspüren und zu jagen. Je länger und düsterer die Nacht wird, desto stärker wird der maskierte Killer. Jede Nacht entwickelt sich neu, aber eins ist immer sicher. Es wird blutig. Da war der Wilhelm Schrei am Ende. Ja, das hat wehgetan. Okay, das war jetzt eher eine Erklär-Matz. Haben wir auch noch eine Recap-Matz oder war das das, was ihr meintet? Die Regie? Da haben wir noch was. Mehr haben wir nicht. Nee, mehr haben wir noch nicht. Ist aber eine gute Erklärung gewesen. Wir schreiben unsere eigene Geschichte. Ja, ich finde auch. Hat schön eingestimmt in das, was gleich kommt. Gerade dieser Sperr im Auge, der war relativ deutlich. Frage, wollen wir alleine spielen im kleinen Kreis oder wollen wir nach draußen gehen? Also wir haben ja eben gerade eine Testrunde gemacht und sind mehr oder weniger aus Versehen auf einem offenen Server gelandet. Ich war übrigens gerade... Du warst Jason, deshalb war das alles so ein bisschen... Und ich habe alle umgebracht. Ja. Lass uns die erste Runde unter uns spielen, würde ich vorschlagen. Würde ich vorschlagen, dann spielen wir einmal rein und mal gucken. Dann würde ich aber vorschlagen, dass wir auch hier unseren Sichtschutz nehmen. Aber wie macht man das denn? Soll jemand... Achso, wollen wir das... Soll Andi Jason sein oder... Warum kann man nicht privates Spiele machen? Das machen wir jetzt random. Okay, genau. Weil die ihn schon aufbaut. Dann muss ich... Vielleicht mal eine neue Gruppe, genau. Und dann machst du privates Spiel und dann lädst du erst vielleicht ein. Mal gucken, vielleicht klappt das ja. Ach, wir haben alle denselben. Wir haben alle einen, okay. Ja. Ja. So, privates Spiel. Ich dachte nur Jason hat... Oh je, oh je. Ich schicke euch Einladungen. Cool. Das ist ein schlimmes Spiel. Andi hat eine Einladung. Booty hat eine Einladung. Und Simon hat eine Einladung. Juhu. Yes. Cool. Ich habe jetzt richtig Bock, Mann. Ich habe richtig Bock. Ja, das ist echt schlimm, das Spiel. Das ist wirklich schlimm. Ich habe mich gerade original, also in dem Testspiel zu Tode erschreckt, als plötzlich Jason vor mir stand. Das war ein wunderschön. Weil dein Erschrecken hat uns alle erschreckt. Das war aber auch... Das war so schrill. Ich bin ein sehr männlicher... Und mit X... Was ist denn jetzt los? Laufen. Was denn? Sehr gut, ihr habt es aufgenommen. Das war das nicht. Ihr seid so geil. So würde ich niemals schreien. Okay. Das ist so good, good, good. Mach ich jetzt ready? Mach ich mal ready? So, alle ready machen. Ich mache mich mal ready. Okay. Ich habe hier nochmal... Ich bin schon Stufe 6. Warum nehmen alle... Und je länger man spielt, kann man Perks freischalten. Wir haben alle denselben Charakter. Das ist irgendwie blöd. Dann nehme ich mal jemand anderen. Ja, ich würde auch noch... Wie kann man den wechseln? Ich will nicht, Vanessa. Du kannst auch noch einen Jason auswählen. Ja, aber nur, wenn ihr schon einen Fortschritt habt. Die sind gesperrt. Man muss erst Level 20 sein. Boah, ich nehme natürlich AJ Mason. Ist die süß, Mann. Übrigens habe ich gerade Silver Lake gesagt. Ich meine natürlich Crystal Lake. Warum hat er die nicht angenommen? Ich wollte AJ Mason nehmen. Weil die gesperrt ist vielleicht? Von einem Level? Ja. Ne, die ist nicht gesperrt. Annehmen. Ah, okay. Und vielleicht den Jason. Ist auch egal. Ist auch egal. Und ready. Okay, alle ready? Mhm. Ready, ready? Yes, sir. Oh je, oh je, oh je. Also einer von uns wird sein... Ey, nicht gucken, ne? Wir waren gerade noch auf einem Public-Server davor. Wenn du das ein bisschen runter machst. Wo ein richtig attraktives Mädchen war. Ja, also sie hier im Ball, im Bikini tatsächlich. Das war ein richtig sweeter Bikini. Ich spiele übrigens mit WSAD, weil man die Steuerung nicht verändern kann. Ich bin hier also gehandicapt. Alles, was ich mache, ist also eigentlich noch viel geiler. Ist doch schlecht. Wollte ich nur mal sagen. Also erste Runde spielen wir für uns. Andi hat einen richtig geilen Ping. Okay. Higgins Haven. Haben wir eben auch gespielt, die Map übrigens. Higgins. Zack. Es gibt verschiedene Möglichkeiten von der Insel oder von diesem Camp zu einem kommen. Man kann die Polizei rufen, man kann das Auto reparieren und damit entkommen. Man kann sogar Jason, glaube ich, auch töten. Aber das munkelt man nur. Okay, Simon ist also... Was, 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 was? Simon ist der... Woher weißt du das? Na ja, guck mal, drück mal Tab. Dann siehst du die Spieler. Oh ja, okay. Okay, das ist eindeutig. Ich war aber bisher nur einmal, Jason. Ich muss jetzt mal raffen, wie man hier alles bedient. Das ist okay für mich. Andi, wie hast du eben das Menü und so für deine Fähigkeiten aufgerufen? Das kommt gleich von alleine. Das ist unten rechts, ne? Da hast du Zahlen von 1 bis 4. Und die Fähigkeiten kriegst du aber erst nach und nach. Du wirst also immer mächtiger. Ah. Ne, die wollte ich doch mitnehmen, die Falle. Gott. Oh. Ach so, man kann immer nur 1 von beiden. Das ist schon ein bisschen lahm. Wie benutze ich jetzt die Falle? Ach so. Und ich höre euch auch besser oder so, oder? Ist das nicht auch so? Ja, du siehst halt auch immer diesen... Diesen roten Nebel. Wenn jemand in der Nähe ist, oder? Na gut, warum sollte ich mir helfen? Wie kann man denn kommunizieren, ohne dass Simon das hört? Das ist ja auch ein bisschen doof, eigentlich. Wenn ich jetzt euch irgendwie sagen will... Ja, das stimmt. Also nur mal angenommen, ich hätte die Autobatterie. Ja, dann komm doch zum Auto. Zu einem der zwei. Aber woher weiß man denn, wo das Auto ist? The Map. Also man kann auch eine Map finden, irgendwo. Ich glaube, wenn einer die Map findet, haben die dann alle oder sowas, war das, ne? Ne, ich glaube nicht, oder? War das so? Ach, ich habe die Orientierung verloren. Ach du Scheiße, da ist er ja schon. Hast du mich gesehen? Alter, diese Lache ist so widerlich. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wie kannst du denn so schnell da sein, ey? Ekelhaft, ey. Geh weg, Simon. Scheiße. Scheiße. Hat nicht so geklappt, wie ich es wollte. Andi, was geht mit dir? Wo bist du? Ich lebe noch. Gut. Mein. Lucky Beam war das. Was war das denn? Ich habe mich gebeamt, aber ich wusste nicht, wo du bist. Aber ich habe Glück gehabt. Ich kann mich nicht mehr, als ich weiß, Auto-Batterie in der Hand halte. Es ist so eine große Insel, wie so landet er direkt vor meiner Fresse. Jetzt tut mir auch ein bisschen leidig. Hätte ich gerne aufgehoben bis zum Schluss. Aufgehoben? Oh, das Spiel macht mich fertig, ey. was man kriegt. Ein herrliches Spiel. Okay. Eddie, bist du tot? Ja. Ups. Okay. Das Messer. Aber dafür kann ich jetzt der Regie wieder tolle Kameraperspektiven bieten. Ach, fuck. Ich sollte vielleicht auch irgendwas unternehmen, dass wir gerettet werden. Nicht einfach nur überleben. Hast du dich gebeamt, Simon, oder was? Ja, aber das ist ja sein erster Skill, den er bekommt. Beamen. Halte ich auch für unrealistisch. Das zweite ist, glaube ich, dieses ... Nee, was ist zwei? Du kannst ja noch so einfach sehr schnell rumlaufen. Und dann dieser Opfer-Modus. Der ist ganz nützlich. Andi? Ja? Folgen Sie der Straße. Scheiße. Okay. Oder bleib du stehen. Bleib du stehen. Okay. Na, warum? Okay, okay, okay. Na. Höh? Na, warum nicht? Oh Gott! Psst, 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 psst. Wir müssen überlegen, was wir tun. Ich weiß, was wir tun. Moment, seid ihr in meiner Nähe? Seid ihr alle in einer Hütte? Und ich bin nämlich gerade neben einer Hütte. Seid ihr da? Okay, Andi, du hast auch keine Karte gefunden, oder? Nee. Okay, scheiße. Steigt da doch durch. Fuck, das ist ein schlechter Ort. Das ist ein schlechter Ort. Andi, hast du einen Metz? Nee. Komm mal her, komm mal her. Geil. Nehm das mal. Da in der Schublade. Schublade? Ihr seid da in dem Auto. In einem Gebäude. In einer Schublade. Dum 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 dum. Cool. Okay, Andi. Ich würde sagen, Richtung, das Gegenteil von Süden. Also Westen. Ah, keine Chance. Und da kommt der nie drauf. Bist du bereit? Ja. Ach shit. Ihr seid hier gar nicht. Ach. Okay. Wir gucken noch mal schnell. Hä? Ah, nee, das... Nee, da war ich schon. Wisst ihr überhaupt, was ihr machen müsst? Nein. Ähm, ich hab mir meinen Knöchel... Mein Morphen ist kaputt. Das ist gemein. Funktioniert nicht richtig. Ach, Budi, ist das nicht romantisch? Ich find das auch sehr romantisch. Ihr seid auf dem Wasser. Wenn ihr das romantisch findet, oder? Oder am Feuer. Ja. Oder im schönen Restaurant. Oder auf dem Berg. Ja, verdammt. Ich, ähm, komm mir ein bisschen doof vor. Ich find da einfach niemanden. Boah, das ist aber... Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, ne? Weil, äh... Der, Simon wird stärker. Der wird immer stärker. Ja, fuck. Ich guck mal, ob hier irgendwas liegt. Ey, im Ernst, beim Morphen funktioniert meine Maus nicht mehr. Ich kann immer nur auf der Stelle morphen. Geh mal auf die Karte. Vielleicht kannst du mit der Karte und dem... Dann hast du so einen roten Pointer und dann kannst du so auch teleportieren über die Karte. Jetzt hat's gerade funktioniert. Ja, das ist zwar irgendwie eingefroren. Ah, hat da einer die Tür von euch nicht zugemacht. Die alte Pupp geschwunden. Andi, Andi, Andi. Ja. Das ist das Dümmste, was wir hier tun, ne? Ja. Nach Horrorfilm-Logik ist es sehr, sehr dumm, was wir tun. Ja, deswegen. Du musst diesen Radar benutzen, ne? Um zu gucken, wo Bewegungen sind. Weil so einfach random in ein Haus gehen und alle Türen öffnen, kostet ja mega Zeit. Ja, ich merk das auch gerade. Ich hab aber eben draußen schon versucht, meine Skills zu nutzen. Oh Gott, ich hab gerade so eine Musik gehört. Die sind nur so schnell wieder weg. Und eben... Also, wenn die rennen, müsstest du eigentlich irgendwie draußen diese Kreise sehen. Ja, ich seh sie auch. Ich hab mich auch gerade zum Haus gebeamt. Und ich will natürlich jetzt nicht erzählen, was ich mache, aber ich hatte mich zu dem Haus gebeamt, wo die Kreise waren. Und ich dachte, ihr seid irgendwo drin. So, ich muss aber nochmal genauer gucken. Scheiße, Mann. Okay. Pudi? Da. Oh. Sonst irgendwas reparieren. Ja, äh, was? Umschreib's mal. Blumig. Was? Schön. Eih. Brumm, brumm. Okay, alles klar. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh der ist in uns hier. Dinger. Ah, shit. Shit. Ah, ja! Ah! Er ist in uns hier. Wo ist er? Andi. Oh Gott, er ist hinter mir. Echt? Ja. Ich will dich retten. Nee. Klar. Doch! Was heißt denn vier? Was ist denn dieses Abstechen für ein Special Skill? Aber du bist so weit weg. Ich komm einfach nicht hin. Ich weiß es leider nicht. Das ist so dumm. Okay, ich brauch Hilfe. Oh nein! Nein, du loggst ihn genau zu mir hin. Du loggst ihn gerade genau zu mir hin. Nee, hör auf jetzt! Oh Gott! Oh Gott! Ah, fuck! Er hat mich, ey! Wird der Bürgerrecht! Oh Gott! Oh Gott! Du gestorben! Das war eher... Mann! Da wurde ich aber derbe... Da wurde ich aber schnell jetzt vernichtet. Oh Jesus! Did you see me? Oh je! Der Sound ist aus bei mir! Oh nee! Oh nee! Oh nee! Nee, nee, warte. Der Erste, der... Was? Nee, er hat's wirklich? Nicht gestorben! Du getötet! 3 von 4! Ich wollte ihn wirklich... Ich wollte ihn erst von hinten hauen, damit er dich nicht kriegt. Mama! Mama! Das ist für dich! Ekelhaft! Widerlich! Ekelhaft! Boah, der hat sich seine eigene Mama gebaut? Sehr, sehr ekelhaft! Alte Reste-Kraft! 1180 EP! Das ist ne Menge, Alter! Ich hab 550! Ja, äh... Ekelig, dieses Spiel! Ich wollt grad sagen, der Erste, der stirbt, der kann nach ner gewissen Zeit, kommt der wieder, ne? Ja, nur wenn du diesen einen Funkspruch aktivierst. Ach stimmt, genau, den hatte ich gemacht. Okay, ähm, wollen wir einmal kurz Pause machen? Für euch auch ne Pause, jeder kann pingeln gehen. Wir überlegen uns derweil, ob wir die Kraft haben, nochmal so zu spielen, oder ob wir auf einen Public-Server gehen sozusagen. Schauen wir mal! Aber erstmal Werbung, ne? Yes! Das machen wir! Bis gleich! Herzlich willkommen zurück zum Beanstag! Wir sind schon mitten in einer Partie und was wir gemacht haben ist, wir haben ein Public-Game, haben wir ausgewählt. Keiner von uns ist Jason, das heißt, wir können quasi zusammenspielen. Genau. Und mit von einer Partie, also Ethan, wer auch immer Ethan ist, ist der Jason. Und wir haben noch The Shady Girl, Amy Mouse, am Start. Wie echt jetzt schon? Ja, ich bin, damit ich hier mit euch jetzt quatschen kann, bin ich in den Schrank gegangen. Und jetzt seh ich ihn durchs Fenster, hab ich ihn gerade vorbeilaufen gesehen. Alter! Und jetzt sitz ich natürlich im Schrank und weiß nicht, kommt er zu mir, hat er mich gesehen? Wie ich in den Schrank, weil ich hab ihn ja auch gesehen. Ach du Scheiße, er ist schon hier, das gibt's doch nicht. Wie echt, dann seid ihr auf jeden Fall in der Nähe, oder was? Andi, kannst du sagen, wo du bist? In meiner Nähe läuft jemand in der Nähe. Ah, okay, ich seh auch Jason. Ich lauf von ihm weg! Ich hab Knaller versehentlich gezündet. Die wollte ich eigentlich an Jason dran machen. Oh, der hat mir schon den Arsch geschossen, ey. Ich hab die Autobatterie. Andi, ich bin bei dir. Okay, kommst du rein ins Gebäude? Dann mach ich hier schon mal den Riegel vor. Alter! Nee, wir müssen uns ja bewegen. Also ich hab auf jeden Fall... Ja, aber ich glaub, man kann immer cool, wenn er ne Türze springt... Ey, wie Scheiße ist das denn, dass ich immer der Erste bin, der es abkriegt? Ich mach hier noch einen Unmod und schon ist der Depp schon wieder hinter mir, ey. Oh shit, oh shit, du hast ihn zu mir gelockt! Ja, ich bin schon wieder tot. Eddie, du kommst gleich wieder, ich hab den Funkspruch abgesetzt. Lächeln, es nervt einfach nur, ey. Alter, was denn jetzt? Was soll ich denn machen? Ey, es ist ne Map voll Leuten und er kommt immer direkt vor mir raus, ey. Ah, ich hab ne Karte, sehr gut. Lächerlich. Ich hab ne Autoschlüssel. Sehr gut. Das ist geil. Ich hab ne Axt. Lass irgendwas mit dem Auto machen, ich hab ne Schlüssel, wir brauchen... Benzin brauchen wir, ich guck mal auf ne Karte. Ich hab ne Karte auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er läuft weg von mir. Ich hör den Mann, ich hör den. Okay. Er ist hier direkt bei mir, aber er läuft in eine andere Richtung. Wir sind bei Camp Hillbrock, ähm, wenn... Simon, sagt ihr das was für dich? Nee, gar nichts. Ich hab die Autobatterie, ich will eigentlich nur zum Auto. Sag uns mal ganz kurz, ähm, äh, wenn du auf die Karte rechts unten kochst, irgendwo müsstest du auch was sehen. Ähm, zeig dich. Oh, ich komm wieder als Johnny Handsome. Schau doch mal bei mir. Hier, wir sind ja bei der... Wenn du jetzt nach links gehst, wenn du jetzt nach links gehst, wenn du jetzt nach links gehst und diesem Weg folgst, kommst du zum Auto. Andi, wir nehmen das Auto im Zentrum der Karte, okay? Ja, ja. Okay, Eddy, wo bist du? Ich weiß es nicht. Ich bin grade der Typ geworden. Ja, guck, rechts unten mal auf die Karte, dann bist du wahrscheinlich, äh... An irgendeiner Kreuze, jetzt ist die Knarre unter meinen Füßen verschwunden. Okay, ähm, ich weiß, wo du bist, glaub ich. Äh, Eddy, guck mal auf die Karte kurz. Äh, nee, oh, vorne, wir spielen mit unlauterem Mittel. Ja, ich bin unten, Südosten. Okay, genau, dann lauft die große Straße entlang. Und, äh... Batterie ist eingebaut. Okay, dann ab zum Auto, Andi. Okay, ich komm, ich hab den Schlüssel. Oh, okay, so funktioniert das. Okay, ich komm auch hinter dir her, Andi. Ja, cool. Läufst du, ja? Du läufst. Ich renne. Oh Gott. Ich hab irgendwie keinen Ingame-Sound mehr, komischerweise. Omk, omk. Oh nein, er ist bei uns. Oh Gott, okay, ich seh ihn. Scheiße. Andi, erst hinter dir her. Ach, bei dem Scheiß-Auto seid ihr. Scheiße. Mach den mal weg. Ja, ich weiß nicht wie. Oh Gott. Okay, Autobatterie ist drin. Oh nein. Oh nein, wo ist er hin? Er ist am Auto, er steht am Auto. Oh je, oh je, oh je. Ich hab den Schlüssel. Oh Gott, er steht da. Ich hab den Schlüssel. Er ist bei mir. Alles klar. Okay, Kampf. Er ist gestand. Ab ins Auti. Ins Auti. Ich hab ihn geboxt, oder was? Ja, Mann, ins Auto. Wie geil bin ich denn? Wie? Er kommt ja nicht ohne mich. Er kommt ja nicht ohne mich. Arne Scheiße, wir brauchen Benzin. Arne. Leute, nein. Ich kann nicht mehr. Oh Gott. Ich hab total Panik. Helft mir, helft mir. Legt ihn ab. Ja, ich bin da. Legt ihn ab. Ich bin ein Auto. Nein. Jawohl, du bist frei. Ich versuch ihn noch umzustumpen. Weg, weg, weg. Oh Scheiße, ich kämpfe. Alter, wir haben keinen Sprit, oder? Oh nein, er hat mich, er hat mich. Nee, Sprit fehlt. Nein. Fuck man, fuck man. Ich musste weg. Ich hatte keine Waffe. Ich hatte gar nichts mehr. Ist egal, du hast ihn vor einmal weg. Ah, ich bin tot, Alter. Ey, meine Fresse ist explodiert. Meine Fresse ist explodiert. Was macht er denn da? Warum bin ich eigentlich? Scheiße. Alter. Alter. Du hast ein bisschen auf, Simon. Wir brauchen Sprit. Auf Airs Rückwärtskamera. Okay, wo gibt's wohl Sprit? Ich kann überhaupt nichts. Ich seh nicht mal mehr mein Inventar. Hol mal die Autobatterie. Hier ist Sprit schon drinne. Und den Autoschlüssel. Den Schlüssel hab ich reingesteckt. Okay, dann ist ja alles geil. Da brauchen wir nur ... Du brauchst nur Sprit. Nee, hier brauchen wir Autobatterie. Und einen Schlüssel. Ja, bei dem anderen Auto, Eddy, sind schon zwei Sachen drin. Ja, aber da ist halt auch Jason. Ja, aber der geht doch jetzt da weg, weil wir den da ... Weil der ... ähm ... Verstehst du? Naja, versteh ich natürlich. Ich hab immer noch den Autoschlüssel. Was ist denn da los? Ey, ich bin bei Irmimaus drauf. Und die hat auf jeden Fall die Autobatterie und Gas. Wo ist Irmimaus? Weiß ich halt nicht. Äh, hier, die ist bei ... The Shady Girl. Okay, die spielen scheinbar ein bisschen sinniger. Die beiden. Shady Girl? Wo ist Shady Girl? Ja, die kannst du nicht sehen. Du hast die Map doch, ne? Ich hab die Map, ja. Die sind zwei Punkte, die sich bewegen. Eine steht still und der andere entfernt sich davon. Relativ nahe voneinander. Jetzt bewegen sie sich beide. Ach, da kommt Simon zu mir. Ich bräuchte irgendwie ... Ah, 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 ah. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh Gott, du kannst ... Alter, als ich immer, du bist vollkommen ... Ich auch immer ... Voller Blut, ey! Mann! Nein, 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 nein! Nein! Oh, er hat mich wieder ins Haus reingetötet. Er hat mich ins Haus reingetötet. Er hat mich reingeschmissen. Oh, da ist Irmimaus. Er hat mir meine Leiche ins Haus geschmissen. Ihr habt ja keine Ahnung, ich entkomme die ganze Zeit und einer von euch wird gegessen. Das ist zum dritten Mal jetzt schon irgendwie passiert. Er hat mich ins Haus reingetötet. Oh, ich bin immer entkommen. Wo bin ich? Jetzt ist er bei mir. Das war's. Nee, nee, hau ab. Er hat auch keine Ausdauer mehr. Du hast einen schönen Wolfhullover. Wurfmesser verfehlt. Alter, war das knapp. Komm, komm! Oh Gott, erst mal! Ah! Rennen! Oh Gott! Oh Gott! Nein! 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 Ich kann nicht rein! Wieso kann ich nicht ins Auto? Ich kann nicht ins Auto, obwohl sie da drinnen sind! Jetzt! Fahr los, Bitch! Du lebst ja noch! Fahr! Wie, Eddie, Alter, ja! Eddie lebt! Nein! Fahr! Oh Gott, er läuft wieder! Regie auf meine Kamera! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, hier ist... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Eddie, du kannst ihn abschießen! Eddie, du kannst ihn abschießen! Oh, er greift sie... Eddie, schieß ihm in den Rücken! Hau! Hau! Jawoll! Fantastisch! Ins Auto! Wo ist das Auto? Alter, die Haare gehen steil! Steht wieder auf! Hol doch ab, Mädchen! Irmi Maus! Irmi Maus! Irmi Maus! Irmi Maus! Oh, nee! Oh, nee! Hau ihn, hau ihn! Jawohl, Eddie, Alter! Das geht! Hier ist der Beste! Ihr bleibt von dem Zaun! Oh Gott, sie kann einfach nicht vor! Ja! Oh Gott! Ja! Eddie, fahr du! Jawohl! Oh, super! Oh mein Gott! Hey! Was ist los mit dir? Jetzt geh ich! Und sie... Hilf doch deinem Kollegen! Verräg doch! Irmi! Ja, was ist los mit dir? Du dummer... Alter! Oh mein Gott! Ey, Irmi, Alter, was ist los mit dir? Sie kann einfach nicht Autofahren. Sie ist wieder auf das Auto gefahren. Ich war schon im Safe-Hand. Sie fährt weg, er teleportiert sich. Er hat sich gebeamt. Das ist viel zu lustig. Irmimaus und The Shady Girl sind auch da. Sie ist schon wieder gegen einen scheiß Zaun gefahren. Das ist ja super lustig. Sie hat es verdient. Ganz ehrlich, sie hat es nicht verdient. Wer so aufgefährt. Oh Gott, sie kommt aber auch immer weg. Jason denkt sich, du fahrst in die Oda. Man kann auch nichts machen. Sie fährt rückwärts vorweg weg. Jetzt fährt sie alles wieder zurück. Feinplatte. Oh Gott, sie ist gestorben. Sie fährt nicht! Sie fährt nicht! Sie fährt nicht! Sie fährt nur mit Bench fahren, weil sie dann keine Zäune trifft, Mann. Sie fährt den Weg, den sie vorwärts nicht geschafft hat. Und Jason kommt nicht hinterher. Ist es groß? Ganz groß, ne? Oh Gott! Jetzt wird jeder gegen einen scheiß Zaun gefahren. Und er ist wieder in der Luft. Ich sterbe im wahrsten Sinne des Wortes. Hat die Bücher auf dem Rücksitz? Nee, okay, Kohle. Alter! Sie schafft es! Sie schafft es oder was? Tatsächlich, sie muss nur auf diese scheiß Nase kommen. Wirklich? Da ist noch jemand! Das ist die Frau im Bikini! Alter, sie wollte... Alter, ne! Sie schafft es noch! Aber sie fährt in die falsche Richtung. Sie fährt auch rückwärts. Ey, sie haben es geschafft! Ey, das ist auch so nicht vorwärts! Mein Hals ist rauf! Ihr seid die allerbesten Menschen! Du gestorben! Er hat mich ins Haus getötet! Oh mein Gott! Ich bin auf dem Fenster und dann steht er da und wirft mich wieder rein! Aber tot! Das muss ich erstmal verarbeiten! Wie lustig war denn das für du, ey! Ich bin fix und fertig, ey! Zweimal habe ich ihr Leben gerettet! Und sie lässt sich einfach verrecken! Oh, Trixi! Die Emi Maus! Liebe Emi Maus! Respekt! Respekt! Ja, also... Boah, jetzt bist du ein scheiß Auto gefahren, ey! Das soll doch nicht wahr sein! Echt! Um jedes Klischee zu erfüllen! Wirklich! Ich nehm mich um... Ey, das war sehr lustig! Also, das hat jetzt geklappt, weil wir halt auch... Keiner von uns Jason war! Ja! Sollen wir es einfach normal probieren? Ja! Ja, klar! Direkt, direkt! Emi Maus, bleibt bei uns! Ich hoffe auch, sie bleibt! Emi Maus bleibt! Ich, ich... Packanack? Guck mal, Emi Maus bleibt wirklich! Emi Maus, Profil! Wer ist denn Emi Maus? Ich guck jetzt aufs Profil! Ey, diese Person hat die Steam-Community noch nicht eingerichtet! Verdammt nochmal! Oh! Facktoff! Und Mike the Tomato! Und... Ayoku... Foku! Facktoff! Ey, Facktoff ist ein richtig guter Name! Ey, Facktoff! Facktoff! Ey, Facktoff alle! Haben alle... Ach ne, die haben alle... Molotow! Facktoff! Mike the Tomato! Ja, lass uns hoffen, dass wir wieder alle Survivor sind! Das hat sehr viel Spaß gemacht gerade! Boah, war das lustig gerade! Emi Maus! Ich will irgendwie hier in den Chat mal was reinschreiben für Emi Maus! Oh, dieses Bild, man. Das ist genau mein Geschmack! Wieso? Hey, guck dir jetzt mal mein Bild an. Kann man's doch das ganz anderes. Andies zurück bitte. Ich glaub, du wirst Jason Mann. Wär ich? Ja, wenn du dieses Jason-Bild erhältst am Anfang. Nö. Aber Budi, für mich ist das okay, wenn du auch mal der Jason misst. Ich hätte auch schon Bock. Ich mein, wir haben eh Trennwände zwischen uns. Ja okay, spielen wir jetzt einfach weiter, das ist einfach was scheißelustig. Oh Mann, ist echt lustig. Oh Gott, ey. Das hätte man besser nicht inszenieren können. Das ist schon wieder Crystal Lake. Wer ist Jason? Wo ist Jason? Lustig, wenn Irrm-Maus-Jason ist, ey. Oh, nee, ist das wirklich? Wer ist es? Faktoff, okay. Faktoff, okay, alles klar. Fünf Minuten später. Mal gucken, wie lange ich lebe. Vielleicht kommt der mal ausnahmsweise zuerst zu mir. Also ist er schon bei dir? Aber es ist doch gut, wenn du direkt stirbst. Dann hast du noch ein zweites Leben, weil Booty wieder irgendwo anruft. Ja, hoffentlich, ey. Muss er ja dieses Funkgerät finden. Wieso habe ich eigentlich keinen Sound, ey? Das frage ich mich gerade. Okay. Auf der Karte sieht man gerade schon, wo der gerade ist. Ich habe die Karte nicht. Fuck, ich muss auf jeden Fall von da weglaufen. Kann man auch wegpaddeln von diesem... Ort? Ja, es gibt ein Boot. Dafür brauchst du auch... Ja, aber nur Boot, ja. Nicht paddeln. Oh, ich habe auch eine Karte. Er ist auf jeden Fall in meiner Nähe und er macht Stress. Wie wird er denn auf der Karte gezeigt? Mit so roten... Ein rotes Viereck ist das. Ich sehe ihn nicht. Ja gut, vielleicht muss man irgendwie gesehen haben. Wenn ich nur laufe, kann er mich eigentlich nicht sehen, oder? Ne, wenn du nur... Also gehst, meinst du, oder was? Mit X kannst du auf jeden Fall... Wenn du gehst, machst du auch Sound. Wenn du auf Steuerung, wenn du crouchst, dann machst du keine Geräusche. Ach, gehen auch? Komplett? Gehen macht auch Geräusche, aber nicht so schnell, nicht so oft. Genau, du siehst es immer im Hut, siehst du immer so einen kleinen weißen Kreis auf deiner Position auftauchen. Und wenn du läufst, ist er entsprechend größer und häufiger. Wer hat denn eine Falle vor den scheiß Stromkreis gesetzt? Oh, ist das schön hier. Ein Schrank. Bullshit, ey. Wer macht sowas? Alter Falter, ey. Ja, Ed, ich bin bei dir, glaube ich. Ja, ich bin bei dir. In der Nähe. Okay, geil, ich habe ein Fuggerät. Da ist Irmi-Maus, von der halte ich mich fern, ey. Naja, sie hat überlebt. Geil, ich habe eine Karte. Ich habe die Autobatterie. Ey, das ist manchmal... Ah, eine Bärenfalle. Nein. So, wie kann ich das Funkgerät nochmal benutzen? Ich habe auch das Funkgerät. Au! Was bringt das Funkgerät? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ach so. Kannst du da mit Hilfe rufen? Nee, war das sowas wie ein Leben? Naja, ich weiß es nicht mehr. Oh nein, Jason ist beim Paddelverein. Bei dem Auto. Will jemand mit mir zum Auto? Oder hat jemand schon den Schlüssel? Bei einem Auto ist gerade auf jeden Fall Jason gewesen. Shit. Welches, weißt du? Ich habe leider keinen... Ah ja, warte doch. Und zwar... Norden oder... Bei Springwater Camp oder... Westen. Im Westen. Ja, das ist Springwater Camp. Das müsst ihr lesen. Ich bin im Norden beim Auto. Wollen wir vielleicht... Dann kommen wir zum Auto, ja? Ja, ich müsste den Kram erst finden. Nordauto oder was? Ja, genau. Nordauto. Ich habe die Map noch nicht. Ich weiß nicht, wo Nordauto ist. Hier, bei mir ist eine Karte. Wow, 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 wow! Okay. Jason ist da und ich lege eine Bärenfalle hin! Aber wo ist... Hilfe, Hilfe, bei mir, beim Bogenschützen-Dings. Beim Bogenschützerei. Alles klar. 1, 2, 3. Helf mir, helf mir, helf mir. Baa! Baa! Oh, nee. Nee, hat er nicht oder was? Okay, ja, aber ruft mal, macht einen Funkspruch. Ja, ich versuch's. Also, wir haben das Ding noch nicht gefunden. Okay. Wieso kann ich die Scheiß-Tür? Kann ich nicht zumachen, ey? Ich guck an, was Irmi macht. Das ist echt so dumm, ey. Simon, wir müssen nach Norden, also hier links sozusagen. Orientier dich mal Richtung Norden, bitte. Das ist echt ein bisschen dumm. Da sind auch die anderen. Du versteckst dich im Zelt gerade, oder was? Nein, ich wollte kurz gucken. Also Mike the Tomato rennt mit einem Mädchen zusammen durch die Gegend. Und zwar mit... Simon steht einfach nur so rum, he? Ich habe auf der Karte geguckt. Aber schicker Pulli. Wir müssen gleich auf jeden Fall gucken. Ist noch ein Walkie-Talkie? Okay, das kann ich nicht nehmen. Okay, ich bin jetzt im Norden. Oh, ich mache sehr viel Krach. Ich will gucken, ob jemand einen Funkspruch am Start hat. Ach, das ist Irmi-Maus. Irmi-Maus hat Benzin. Oh, da ist Simon. Wir brauchen Schlüssel und... Oh, Ede, willst du haben? Erste Hilfe. Hier ist ein Walkie-Talkie, Simon. Nimm das mal. Ich weiß nicht, was das bringt. Ede, hier, wo ich stehe, ist Erste Hilfe. Ja. Da in der einen Schublade ist ein Walkie-Talkie. Nehme ich. Oh, eine Machete. Sehr gut. Bei mir... Irmi-Maus ist in der Beerenfalle getrampelt. Oh, die habe ich wahrscheinlich aufgemacht. In dem Nord... Also in dem Haus nördlich von dem Auto. Da sind sozusagen nordöstlich. Da ist noch eine Karte in der Schublade, falls er eine braucht. Und da hinkommt. Okay, er ist hier... Siehst du es auf der Map? Er ist hier genau vor der Straße vor uns. Wo? Zeig mal bitte. Ähm, ja, an der Kreuzung. Da beim Lagerfeuer. Okay. Können wir jetzt zu uns kommen, Simon. Ey, Rennen werden wir hacken. Wir haben beide Macheten. Der muss erst mal reinkommen. Oh Mann, hier im Haus ist nix. Aber was... Da ist er, ich sehe ihn. Ich sehe ihn auch, ja. Da ist er vor uns. Oh, er ist bei zwei. Bei euch beiden. Er hat Mike the Tomato umgebracht mit einem Wurfmesser. Ah, ich sehe ihn. Mike liegt im Sterben so wie ein Barbie-Can rum. Krass, Mann. Aber wie ein Barbie-Can. Ihr müsst was machen, wenn er bei uns ist. Ihr müsst irgendwie geil sein. Ich trau mich im Moment nicht raus. Naja, bei uns ist er ja auch. Also, ich meinte ja jetzt... Simon, warum gehst du raus? Ich wollte schnell abhauen. Aber wir sind zu zweit. Mach doch schnell hinter mir zu. Weil vielleicht ist das nicht gut, dass wir zu zweit sind. Er ist in einem Haus drin und hat sich weggebeamt. Er hat sich komplett weggebeamt irgendwo anders hin. Ich bin im nördlichen Auto und gehe jetzt zu diesem Fischerhaus da. Ey, vergesst nicht Sprit und Schlüssel. Das ist wirklich wichtig. Okay, er ist wieder in einem Haus und er bringt gerade Ayo-Kofoku um. Diese Türen machen mich wahnsinnig, ey. Hier ist eine Karte. Braucht die jemand? Ede, zum Beispiel? Ne, du hast eine, oder? Ich hab schon. Okay. Ey, haben wir nicht alle durchgelootet irgendwie? Oh, okay. Hier ist eine Pistole, so eine Leuchtschusspistole. Die hab ich auch. Damit könnt ihr den sichtbar machen, glaube ich. Wenn du die benutzt, dann sieht man in der Fakate. Ach, echt? Aber nur, wenn man sich auch Kontakt hat und den trifft? Ich weiß es nicht. Boah, ey, der wird hier gerade richtig in den Mangel genommen, ne, Freddy? Der wird hier abgeschossen mit der Schrotflinte und mit dem Topf verprügelt gleichzeitig. Aber wo ist der Typ mit der Schrotflinte? Okay, ich hab Sprit, ähm. Was fehlt noch? Schlüssel? Am Auto im Norden ist da irgendwer von uns. Eine Person ist da sicher. Da steht, das ist Irmi Maus. Natürlich. Lass die nicht fahren. Haha, doch! Ich hab ne Telefonzellensicherung. Ja, die Telefonzelle müsste man noch finden. Ich glaub, Irmi Maus hatte vorhin auch Benzin. Wahrscheinlich hat sie das Auto getankt. Okay, ja, ich hab auch Benzin. Aber hier, achso, ja, okay, das ist ja. Karte. Nein, nein, geht da nicht raus! Oh Gott, ich mein nicht euch. Ich meine Mike the Tomato. Boah, Mike the Tomato, der geht voll ab. Schlüssel, wir brauchen noch einen Schlüssel. Hat irgendwer einen Schlüssel? Ich nicht. Wo gibt's den? Hier. Irgendein der Häuser halt. Geht mit den beiden mit. Die hauen die ganze Zeit den Jason um. Die sind richtig gut. Nein! Hälfte! Jetzt, jetzt komm! Ja, sehr gut. Ich bin hier nicht bei dir. Ich suche den Schlüssel. Ich hab ne Ahnung, wo der ist. Äh, hier bei mir, aber... Sie nimmt lieber die Pfanne mit. Ja, hast du einen Schlüssel? Aber fucking Jason ist da. Aber du bist voll am fighten, Simon, ey! Bisschen, du... Der ist gestunnt. Ach, da seid ihr, okay. Ich bin am Lagerfeuer. Im Westen, glaube ich. Ne, im Norden bist du ja nicht wahrscheinlich. Wenn du am Lagerfeuer bist. Hört auf, ihr könnt den... Ach so. Ihr könnt den gar nicht töten, oder? Ne. Ne. Alter, ist ekelhaft. Oh! Äh, ich drück doch nach hinten! Haut doch ab! Okay, ja, hast ja recht. Shit, ich bin echt in der Nähe, ey. Aber mir fehlt Waffen. Oh, da ist... Ey, irgendwo muss der... Macht der andere Typ weiter? Der andere Typ, er bringt jetzt gerade Mike the Tomato um. Ja, soll er machen. Mike the Tomato ist raus aus dem Game. Der wurde aufgehangen, richtig an die Wand. Sieht gut aus. Scheiße. Lensflare. Schick, ich hätte auch gerne einen Tomaten-Mike an der Wand. Okay, er ist bei mir. Scheiße. Hat einer einen Schlückel mittlerweile? Ne. Versteckt dich in einem Zelt. Ah, okay, er sieht mich einfach, wie ich da reintrette will. Ja, fuck. Das war... Das war sehr dumm. Das war sehr, sehr dumm. Das war auch nicht ernst gemeint. Ich komm im Schlafsack raus, ey. Oh nein! Alter, aua, ey. Oh, das ist brutal alles. Das ist echt ganz schön brutal. Oh, jetzt! Au. Oh, das ist bitter, ey. Oh, Mann. Du gestorben, ich gestorben. Das war nicht so gut. Das war ganz schön traurig. Ich mach auch was Dummes. Ich schwimme. Oh! Ihr Mimaus lebt noch. Ich schwimme. Ich schwimme, ich hab Schiss. Ey, die schwimmt. Ey, ich lauf immer wieder in dasselbe Haus. Da bin ich völlig... Sieh mal links von dir, ne? Okay! Oh. Das war ein bisschen... Ach, dieses Symbol da, dieser Kreis auf dem Radar bei mir. Das bin ich oder was? Oh! Das ist ekelhaft, ey. Oh! Du hattest Sprengzeug. Ich hab eh gedrückt. Ey, wieso krabbelst du nicht automatisch? Was ist das Sprengzeug? Das sind so Böller, die rasten vollkommen aus, die kann man auch an den Typen dranhängen. Ich dachte, das wär wie das Taschenmesser, dass man, wenn man gegriffen wird, muss man's drücken. Ey, keine Ahnung, war schön. Spannend. Ich hab einfach den Schlüssel nicht gefunden. Sind wir alle tot? Nee, Eddy lebt noch. Eddy lebt noch. Eddy lebt noch. Aber ich hab mega Stress gemacht. Eddy und Irmimaus. Und fuck, also der Faktor ist der. Come on, Eddy. Oh, er ist bei mir. Hat sich gebeamt. Oh ja, er ist da. Schlüssel. Oh, ein Wurfmesser. Oh, du machst jetzt hier hinzu! Irmimaus hat auf jeden Fall ein paar Böller hingelegt. Ja, der ist gestunt. Eddy, du kannst abhauen. Ist er nicht. Er ist im Bootshaus drin. Ich seh ihn von über Irmimaus. Oh, er hat sich rausgebeamt. Oh, der hat Irmimaus. Ah, Irmimaus frei! Alter, wie schaffen die das immer? Ja, Taschenmesser. Taschenmesser. Ah, okay. Immer noch beim Bootshaus. Er ist immer noch beim... Ach so, okay, Eddy ist auch beim Bootshaus. Achtung! Oh, es ist bitter! Oh, es ist so bitter! Oh, es ist so bitter! Okay, was ist mit Irmimaus? Die ist durch! Die ist durch! Ah! Da hat er sie! Und fertig! Ey, Irmimaus ist echt... Der hat dauernd ein Taschenmesser am Start, ne? Der hat ganz viele kleine Messerchen. Der hat wahrscheinlich sehr viele Taschen. Oh, Emi, du musst dich beeilen, ich muss... Oh! Er kann sehr gut beamen. Das ist aber albern mit dem Beam, ganz ehrlich, ey. Äh... Aie, 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 aie. Das macht's nicht besser, wenn man hinter seinem Hut ein bisschen macht. Aua, aua, ey! Was ne Kamerapotition. Ja, gut, fuckt off. War ein ganz guter Jason, wa? Ich hab das Gefühl, dass wir die gesamte Map irgendwie durchgeguckt haben, aber trotzdem irgendwie nicht zum Erfolg gekommen sind. Komischerweise. Ich bin auch immer wieder... Ich glaub, wir haben irgendwo ein Haus vergessen, weil ich bin immer wieder in den selben Häusern, wo wir alle schon waren, gelandet. Ja. Aber was gibt's denn noch für Möglichkeiten, außer das mit dem Auto? Es muss doch noch mehr Möglichkeiten geben. Polizei rufen mit der Telefonzentrale. Da hatte ich zum Beispiel die Sicherung. Und Generatoren noch heile machen? Nee, das war Dead by Daylight war das, glaub ich, ne? Aber hier gibt's auch Generatoren, die sind auch für irgendwas, wahrscheinlich fürs Telefon. Kann man reparieren, glaub ich, und dann gehen die wieder. Ja. Wir gehen mal kurz in die Werbung. Und dann sind wir gleich wieder dabei. Weil wir können noch nicht aufhören. Geht noch nicht. Wir müssen schon noch machen. Macht noch ein bisschen Spaß, ne? Feier. Ach je, schlimmes Spiel. Also, gleich geht's weiter beim Beatstag mit Friday, der 31. Dienstag. Tschüss. Eyo! Oh oh! Yeah! Hi! Stark, Budi. Sehr schön, hast du das gemacht. Jetzt geht's weiter hier mit Freitag, der 13., am Dienstag, den 31. Ähm, wir haben wieder einen Public-Server gesucht, das macht am meisten Spaß. Hm. Ich hab einen neuen Charakter freigeschaltet. Wir eigentlich fast alle. Es ist dieser, äh, Branson, Bugsy-Wilson. Der bin ich jetzt. Und der hat ziemlich viel Ausdauer. Ist nicht gelassen, kann nix reparieren, aber er ist bärenstark, bärenstark und schnell. Bärenstark und schnell. Echt, den kannst du freischalten, oder was? Das ist ja ganz geil. Drücken wir einfach mal alle bereit, oder was? Ihr wisst aber auch, dass ihr die Perks eurer Figuren austauschen könnt. Ja, natürlich. Okay. Hab ich nämlich grade mal gemacht. Du hast jetzt gar keinen. Ich hab mir jetzt einen, einen, jemanden gemacht, der wirklich kämpfen kann. Also, der schnell ist im Kämpfen, stark zuhaut und, äh, Schläge hat von Anfang an. Also. Das find ich sehr angenehm. Also, wir haben Ace Ventura von SkinOrds.com. Ja. Dann Spray P90. G, 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 G. Alter, was geht? Der redet mit uns, habt ihr's gehört? Ja. Oh, ist ja Wahnsinn. 2017. Superbliert spielt auch mit. Und Blitz. Die haben uns vorhin schon auch die ganze Zeit mitgekriegt. Das Mädel hat doch mitgekriegt, wie wir uns die ganze Zeit kaputtgelacht haben. Ich glaube schon. Muss man da nicht irgendwie ... Da musst du erst mal das Ding hier runter machen. Ich hatte das zwischendurch, glaub ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat's ich mitgekriegt. Ich glaub, Takes to Speak ist glaub ich nicht. Wir können hier mal versuchen, ob das klappt. Macht mal eure Dingsis runter. Ich will aber nicht mit denen reden. Ich nicht, weil mein Kopfhörer kaputt ... Wir haben nur einmal versuchen. Mach mal runter. Push to talk. Da braucht ihr aber die Taste, ne? Ich glaub T. Nicht sicher, aber ... Nee, heh, 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 heh. Ja. Hört man jetzt was? Nee, also mein ... Nee, du musst T drücken dann dabei. T. Und das, ja. Na gut, ich merk's mir, falls ich Jason bin. Und da ist das kaputt, oder was? Ja, ich will das nicht ... Ausreizen? Ich will das nicht ausreizen, weil das Mikro ein bisschen wackelig gebaut ist. Ah, okay. Ich hatte hier schon oft Ärger mit, dass man dann plötzlich auf der rechten Seite keinen Ingame-Found mehr hatte. Alter! Und dann bist du ja ... Das macht einen richtig traut. Ich will auch. Ich bin egal. Ma, ma, ma. Burger King. Das ist so schlecht. Wir sollten das nie entdecken werden. Weißt du, die Zwölfjährigen auf der anderen Seite, die decken sich nur ... Oh, diese Vollidioten. Diese Kinder, ey. Diese Kinder, ey. Okay, Team. Rajbi. Rajbi. Okay, das war so klar. Let's get them off our Island. Okay. Survivor. Und du? Oh, fuck. Ähm. Skin Odds ist der ... Was? Skin Odds. Geil. Nein! Okay, ich bin bei Higginshaven ungefähr. Wo seid ihr? Ich auch. Ich bin bei Higginshaven, ja? Ich bin beim Auto. Ich weiß aber nicht welches. Südlich? Nördlich? Kannst nicht sagen. Ich bin nördlich von Higginshaven. Brace yourself. Lass mal looten hier. Bäh. Nix da. Entschuldigung. No. Geil, ich hab ne Karte gefunden. Sind die alle hier? Ich hab auch ne Karte. Ey. Er will nicht. Hä? Was, er will nicht. Ey. Ich kann die Karte nicht nehmen. Der guckt in das Schränkchen rein, aber er will nicht ... Ja, dann hast du die Karte schon. Ach so. Ja. Wenn du M drückst dann ... Ja. Ha. Hab ich das vielleicht als Anfangsbonus gewählt, hä? Ja. Wie dumm. Oh, geh doch rein. Ah, ich hab die Autoschlüssel. Du Plunze. Wunderbar. Welcher Typ ist das? Der dumme Russe, der mir dauernd die Sachen klaut. Ich geh' mal in ein anderes Haus, Mann. Der Russe! Klar, der Russe klaut uns die Sachen. Inturation. Oh, er sagt was. Inturation. Hallo, hallo. Hallo, hallo. I got the key. I got the secret. Ey. I got the key, too. I got the way. I got some, ey. Emergency-Sprengstoff. Also, ich hör' ihn über das Walkie-Talkie jetzt anders. Ja, das ist ja lustig. Ah, über Walkie-Talkie können wir uns jetzt in-game-mäßig auch verständigen. Ach, darf ich? Das ist wahrscheinlich. Ja, weil er bei ihm ... Wenn ich das, äh ... Als ich mit ihm gesprochen habe, wurde mir das angezeigt. Hab ich hier schon geguckt, oder nicht? Ja, ich war voller Horst, da war ich schon. Er kommt hier in die Nähe, er kommt in dieses Haus. In welches Haus, Digga? Äh ... Hier, dieses große, ähm ... Higgins Haven. Da ist er, oder? Higgins Haven ... Higgins Camp ... Ah, okay. Ja, ich bin nördlich davon. Und südlich von Higgins Haven ist ein Auto. Okay. Okay, er kommt ... Er ist, glaub ich, im Haus und macht alle Türen da kaputt. Ich hau da nämlich jetzt ab. Und geh in ein anderes Haus. Ähm, bist du auch nördlich gewandt, Andi? Warte mal. Ja. Okay, dann bin ich bei dir. Ja, ich seh dich. Ich hab die Autoschlüssel. Oh, ich seh ihn laufen. Ähm, ich weiß noch nicht genau, ich kann euch nicht sagen wo. Aber da wo drei von euch ziemlich nah beieinander sind, da läuft er hin. Vier von euch. Vier von uns? Vier, also vier Leute, vier Pfeile seh ich da. Und in die Richtung läuft er. Oh, oh. Er ist direkt hinter einem. Oh, Mann, ey. Andi, ich komm zu dir ins Haus erst mal, ja? Ich hab abgeschlossen. Wie du das? Aber komm durchs Fenster rein. Ja, okay. Hier an der Seite. Ich hab abgeschlossen. Das ist das Affen. Bin drin. Oh, shit. Ist das der ... Nicht, mach's nicht zu. Lass es auf. Dann können wir schnell wieder raus. Was ist hier denn? Ach, ne Machete. Na gut. Ich dachte gar nicht, ich kann's hier noch nehmen. Ist noch ein Faisy. Ja, aber ich mein, wir müssen ja uns eigentlich bewegen, ne? Ja. Ach du Scheiße, warum kommt denn hier der Typ zu mir? Ist der dumm? Und jetzt rennt er auch noch da, wo ich bin. Willst du mich verarschen, du Arschloch? Ich bin hier in meinem Versteck. Verpiss dich. Du, der rennt hier rum und macht Stress. Komm, machen wir. Ich will wissen, wo Eddie ist. Ey, ich werd wahnsinnig. Ich werd hier seit zehn Minuten und mach keinen Mucks. Da kommt ein Typ in seinem Hippie-Shirt und rennt dreimal um mich rum. Eddie, du bist bei Stillwater. Kann das sein? Ich hab keine Ahnung. Guck rechts unten. Siehst du das Stillwater-Camp? Ich bin immer noch bei Higgins Heaven. Ja, jetzt halt. Aber er müsste doch jetzt in unserer Nähe sein. Guck mal, auf der Karte ist er gerade. Ah, da ist er. Okay, auf der Karte ist er. Wir sehen ihn gerade ganz in unserer Nähe, Mann. Ja, okay. Also ich hab die Autoschlüssel. Was fehlt mir noch? Er ist beim Auto. Ja, okay. Bei dem großen Haus ist er. Shit, Mann. Der Vollidiot hat mich verraten. Ich werd wahnsinnig. Dann müssen wir. Äh, Simon, wo bist du? Kannst du das irgendwie erklären? Wo bist du da? Ich bin in einem der Räume, Moment, bei Stillwater-Camp. Ah, du bist bei Stillwater-Camp, okay. Ja, das bin ich. Sollen wir versuchen uns, das ist halt die andere Map, ähm, bei dem südlichen Auto zu treffen. Südliches Auto? Kaff. Ja. Okay. Ist halt ultra weit weg, ne? Ja, aber, meinst du mal, wenn du meinst, es lohnt sich, musst du einfach machen. Das klingt so einfach an, lieber dir. Ja, da ist er. Oh shit. Das ist aber richtig weit weg. Gut, die wollen wir dann so links lang gehen, am Friedhof lang. Jupp. Okay. Oh, aber Eddie ist von Action. Er hat den Hippie, er hat den Hippie. Hoffentlich hat er mich nicht auch gesehen. Ja gut, und für so lange den Hippie hat, ist ja erst eine Wartung. Dann seid ihr auf der gleichen Seite, Eddie. Pst, 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 pst. Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Pst, pst, pst. Dann ist renn. Pst, pst. Oh mein Gott, mein Arme. Aber vielleicht lenken wir uns gerade zu uns. Okay, er hat mich, er hat mich doch gesehen. Mann, der dumme Hippie! Der verdammte dumme Hippie! Der Hippie mal wieder. Aber wenn wir hier echt weit genug Richtung... Dieser Vollidiot. Ja, er kann halt sich fucking teleportieren, ne? You fucking moron! I... Why did you come to me?! Der hört dich nicht mehr, ich glaube, das ist... Wenn du tot bist... You idiot! Ich muss dir mit dem Bären was machen. Geht nicht. Äh, ich hab keine Stamina mehr, Alter. You fucking Hittie! Hippie! Hittie! 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 Okay, ich hab richtig Schiss, ey. Mein Charakter, auf jeden Fall derbeschiss. Ich bin auf dem Friedhof und voll gelassen. Ich hab ein bisschen Glück hier, bei mir ist nichts. Äh, hast du irgendwie Benzin oder ne... Ich suche und ich finde nichts. Ne Autobatterie? Nein. Okay. Ich melde mich. Alter, was war das für ein Geräusch? Ich platz mich mal kurz hin, damit ich meine Stamina besser aufkriege. Ihr seht unten rechts, seht ihr wie viel Lärm ihr macht, ne? Durch diesen Kreis. Wenn ich Strom hätte, hätte ich hier das Funk, ähm, Funkgerät gefunden. Der Stromgenerator ist meistens ums Haus herum irgendwo. Musst du den reparieren. Okay, 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 guck ich mal. Wie sieht der denn aus? Alter, der hört sich super jung an, ne? Wer? Dieser eine russische Kollege. Ich hör den gar nicht. Hab ich versehen nicht die Leute gemutet? Bin ich selber gemutet? Wow. Wow, wow, wow. Okay, Andi, du bist ziemlich weit vorgerannt jetzt. Ich hab wieder Stamina. Rennst du jetzt, oder? Nee, ich spazier gerade. Oh, ich hab den Generator. Alter. Ach so, Eddie, du guckst gerade, oder was? Wo kämpfen die denn da? Ey, du, wir können rennen. Wir können rennen. Der kämpft gerade. Warum schießt der nicht mit der Knarre auf ihn? Ich raff's nicht. Alter, die Shotgun. Und er schießt nicht. Er steht da draußen, wirkt den anderen, er schießt nicht auf ihn. Oh, Leute, ich hab's repariert. Ich kann das Funkgerät benutzen. Sehr gut. Komm nicht hoch zum Lagerfeuer, denn das ist zu ... Geht's nicht lang. Okay, okay, okay. Irgendwie läuft man in den Sackgassel. Jetzt mal kurz in diesem Haus gucken, ob wir hier noch was finden, was wir gebrauchen können. Ja. Was mach ich jetzt? Ja, er jagt jetzt erst mal den anderen. Mal schnell auf mich schalten, ich hol gerade. Jason's real! Please help us! Jason's alive! Please help us! Jason's real! Jetzt kommt Tommy Jarvis. Eddie, du bist tot, ne? Das heißt, vielleicht kannst du wieder zurückkommen. Ja, ich komme. Nice. Ich hab hier die Autobatterie. Jawoll. Schlüssel, Autobatterie, dann brauchen wir nur noch Benzin. Und wir sind auf dem Weg zum südlichen Auto, ne? Eddie? Ja, ich hab's gehört. Simon, du müsstest, wenn du bei Springwater, Stillwater warst, ähm, da gibt's irgendwo ne Brücke über das Wasser. Richtung Westen, oder? Westen ist das Auto. Genau, ja. Also ihr braucht noch Benzin, ja? Genau. Ich guck grad hier im Haus, Digga. Ah ne, hier ist abgeschlossen, dann war hier jemand schon. Das heißt aber nicht, dass da kein Benzin drin sein sollte. Ja, dann guck ich grade rein. Also dem Auto, das Auto hat schon ne Scheißbatterie. Oh Mann. Echt? Ja. Oh Mann, ich bin ne Bärenfalle, aha. Du bist ne Bärenfalle? Ich seh ihn, aber ich kann's schwer beschreiben, wo. Budi, guck mal bei mir. Hier, da in dieser Scheune. Ich lauf hier grade, vielleicht kennst du's. Dieses große, gelbe Haus. Ich hab so ein Fuse-Ding auf der Karte. Mit dem ich Stromgenerator reparieren kann. Der ist auf der anderen Seite, Andy, von uns. Ich gehe jetzt mal seicht zum Auto. Das ist beim Auto. Oh Gott, der ist in dem Haus beim Auto. Er läuft aus dem Haus raus. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Ich renne. Äh, Simon, kannst du auf die andere Seite des Flusses kommen? Da sind wir. Auf die andere? Soll ich schwimmen, oder? Schwimm rüber. Ich hoffe, der kann nicht unter Wasser. Hab ich offen gesagt noch nie probiert. Der kann unter Wasser. Alter, er kann unter Wasser. Kann er unter Wasser? Richtig schnell, Mann. Richtig schnell. Ahhhh! Ahhhh! Nein, das war ja super dumm. Ahhhh! Er ist der Schnellste unter Wasser. Er kommt! Er kommt immer näher! Er kommt immer näher! Ahhhh! Oh Gott! Ah, Scheiße! Ah, Genickbruch! Okay, wir brauchen immer noch Benzin. Benzin fehlt hier in dem Auto. Scheiße! Ja. Versuch schon, aber... Nee, Shit! Ja, gut. Es war schön, solange es dauerte. Immerhin hab ich die Polizei gerufen. Jason hast du gerufen, ne? Äh, Jason. Jason? Was? Eddie spielt jetzt. Ach, diese Dummtür! Die soll von innen zu gehen! Ey, wir brauchen doch wirklich nur Benzin. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Es gibt irgendwo eine Scheune. Da ist, glaub ich, oft auch Benzin. Oh, diese Musik, ey. Ah nee, bei dir ist auch nichts drin, ne? Nee, in dem Haus war nichts drin. Oh, es ist bei mir in dir! Es ist bei mir in dir! Hilfe, 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 Hilfe! Ich komme, ich komme, ich komme! Hilfe, 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 Hilfe! Ah, Andi ist weg, Andi ist weg! Vergiss das! Nee, 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 noch nicht! Oh Gott! Oh Gott, doch! Oh nein! Und gerade da kommt... Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Kommt auf mich zu! Oh nein, ich muss wegrennen! Hau ab, der kommt direkt auf dich zu! Ah, ich gestorben! Er steht an der Ecke, er könnte um die Ecke. Wie erklüfe ich meine Waffe? Geh... Oh Mann! Wie erklüfe ich meine Waffe? Geh dahin, wo Andi war! Ich hab doch ne Scheiss Shotgun! Wie kann ich die denn nochmal mounten, ne? Rechtsklaustaste! Und dann zielen! Wo ist er? Wo ist er? Weiß ich nicht, aber der kann direkt jederzeit vor dir stehen. Nee, er hat das mit dem Beamen glaube ich nicht so raus. Er ist hinter dir! Er sieht dich! Er sieht dich! Er ist schon alles gelootet. Er sieht dich! Du geh aus der Hocke raus! Wo fucking nochmal ist er? Hinter dir! Jetzt direkt hinter dir! Da! Ich Idiot! Dumm! Ich hab einfach mega die Ohren Chirou verloren, ey! Und dann läuft er aber leider! Bin nur noch ich am Leben, oder was? Bubkes! Nee, zwei noch! Bubkes muss es machen! I am dead! Scheißen Arsch! Ganz schön hart, man! Scheißen Arsch! So! Ey, wir hatten drei Shotguns! Och, egal! Ja, hier ist alles gelootet! Es kann doch nicht sein, dass ihr nirgendwo Benzin gefunden habt! Ich hab überall gesucht, ich hab nichts gefunden! Gar nichts! Okay, er ist in der Nähe von dem Schukoblid! Tja! Irgendwo muss eine Hütte sein, in die noch keiner reinlässt! Oder kann der auch im Lagerfeuer liegen? Tja! Ich kann hier hingehen, aber das ist halt mega weit weg! Was ist denn hier eigentlich? Oh, oh! Wer ist denn der Zweite? Äh, Syka! Der steht gerade hier in der Ecke und Jason ist an ihm vorbeigelaufen gerade! Alter! Also, Edel, du bist gerade jetzt, bist du safe! Ja, aber ich bin halt am Arsch der Welt! Oh! Ach so, nee, da bist du! Alter! Ist hier irgendwo Benzin? Oh, dein Freund wird gerade gekillt gleich! Ja, ich mein, jetzt bringt er eh nix alleine! Wo ist er denn? Ah, ah, ah! Er ist... Alter! Ey! Oh! Er läuft halt original wirklich aus dem Haus raus! Er hat's echt geschafft! Haha! Nicht schlecht! Hat er gut gemacht! Jetzt läuft er hier! Aber er ist wieder im Haus drin! Ne, au, er läuft echt wieder ins Haus! Und er geht wieder in den anderen Raum, ey! Ich hasse raus! Oh, das ist echt krass! Was war's jetzt? Da bleibt er einfach jetzt in der Küche! Da ist er wieder! Und er geht wieder! Ne, er geht wieder in die Treppe hoch, ey! Und jetzt... Oh Gott, er läuft! Oh Gott! Jetzt geht er... Jetzt geht er auch wieder zurück! Doch! Warum geht er denn da hin? Ja, damit er auch... Weil er den Raum schon gecheckt hat, deswegen... Ja, aber er ist ja eben auch wieder rein! Oh Gott! Oh mein Gott! Er ist wirklich oben drüber! Oh mein Gott! Er sollte einfach aus dem Haus raus! Und dazu die Musik! Eder hat auf jeden Fall alle Zeit der Welt gerade! Oh! Er ist da! Ja, er ist da! Und er läuft wirklich vorbei! Alter ist... Oh Gott! Und er weiß nicht, was er tun soll! Oh Gott! Er weiß nicht, was er tun soll! Oh Gott! Oh Gott! Der Jason lässt ihn aber auch nicht in Ruhe, ne? Er geht nicht aus dem Haus raus! Ey, was kann ich denn noch tun, ey? Ich weiß es nicht! Oh nein! Oh nein! Der kommt doch! Der kommt doch! Der kommt doch! Oh! Der geht schon wieder in einem Raum! Oh Gott! Geil ist das bitte! Was will er denn in diesem scheiß Raum? Da liegt... Weiß ich nicht! Er liegt ja auch immer so lange ist er in den Räumen! Oh Gott! Da ist er raus! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! Er hat es nicht gesehen! Er rennt nicht! Doch! Er hat es gesehen! Er kommt raus! Oh Gott! So ein Katzenmausspiel! Ach der hat was an der Leiche! Oh ihr geht wieder in den Raum rein! Oder was? Das ist der fucking Top-Man-Ass-Jerry, Alter! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! So muss fucking E-Sport sein, ey! E-Sport Freitag der Dranz sind, es wäre echt nicht schlecht! Die Schiegelplatte! Oh nein! Oh nein! Schießen Sie aus dem Haus bei derja! Oh nein! Ah nein! Oh nein! Oh nein! Nein! Oh Mann! Ach der hat ein Taschenmässer dabei gehabt! Er weiß nicht, er hat die Schotflinte nicht gemacht! Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! Oh nein! Eddy, du musst unbedingt das Auto reparieren. Du hast so viel Zeit, ey. Ja, ich find nix. Es muss doch noch ne andere Möglichkeit geben. Alter, es geht original genauso weiter jetzt. Ihr helft mir ja auch nicht. Ihr guckt die ganze Zeit das Ding an. Ja, aber das ist mega spannend! Ja, er ist tot! Oh nein! Gott, Mann! Oh nein! Das ist ein Fehler! Das war der Todesstuch. Er hat schon alle Schränke, kann aus dem Fenster springen. Nein, er ist gefolgt! Oh mein Gott! Er ist gestor... Er ist in die Bärenfalle! Er ist in die Bärenfalle gestorben! Er ist einfach explodiert! Das ist total... Das kann doch nicht euer Ernst sein. Oh Gott, das ist das Lustigste. Der Welt. Oh Gott! Er ist in die Bärenfalle gefallen. Oh Gott! Eddy, mach das jetzt auch, bitte. So ein besserer Kazooker ist gar nicht. Er ist halt einfach wirklich explodiert! Er guckt euch das mal an! Der liegt hier! Was macht der? Er rastet völlig aus, weil er überhaupt nichts mehr weiß. Oder können sie uns einfach hören? Das kann auch sein! Wie denn? Can you hear us? Yay! Oh Gott! Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Du kannst nicht viel machen. Jetzt hat er dich. Was willst du machen? Ey, wir... Ich müsste mir auch noch mal sagen, es muss doch noch was anderes geben, außer dem scheiß Auto. Das ist doch nicht die einzige Möglichkeit, um zu entkommen. Ich guck nochmal, aber das war fucking spannend gerade. Okay, ihr helft mir immer noch nicht. Ich guck gerade. Ja, es ist egal, ich lass mich jetzt umbringen. Wieso? Wieso? Was soll ich denn machen, Simon? Was soll ich machen? Ich frag euch seit 10 Minuten, was ich machen soll. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Zack! Aua! Aber das war gut, Ede. Okay, äh... Call the police is locate phone box, locate phone box fuse. Diese Info hätte ich vor 10 Minuten gebraucht, als ihr euren Actionfilm geguckt habt. Alter, der Actionfilm war ja wohl aber der absolute Burner. Du musst mir das einfach angucken. Mann, erst! Ich will es mir nochmal angucken. Scheiß auf Counter-Strike, ey! Das war wie die Autofahrt in der Runde davor. Es war einfach... Du konntest nicht weggucken. Ja. Boah! Ey, das war fantastisch. Ich hab richtig Spaß gehabt gerade. Ey, Sugarblatt, that was fucking awesome! Awesome! Awesome-o! So. Wow! Wir müssen, glaub ich, Werbung machen jetzt. Ne, noch ne Runde steht da. Geil. Okay. Ähm... Dann machen wir kurz Werbung. Ne, noch ne Runde steht da! Ne, noch ne Runde! Ja, das ist doch gut. Dann machen wir halt noch ne Runde. Machen wir noch ne Runde. Ja. Los, direkt ready. Wieder mit Shika Blair. Sind wir dann eigentlich schon durch, oder was? Ist die Zeit schon wieder rum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Uhrzeit gerade. Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde haben wir noch. Geil. Eine Frau Werbung. Gut, gut, gut. Sei. Oh Mann, wie viel Spaß das macht. Ich möchte endlich mal wissen, was man alles machen kann. Man rennt da orientierungslos durch die Map, ey. Kann doch nicht sein. So. Ich gucke parallel. Mach ich jetzt einfach. Ähm... Also... Telefon... Telefonzelle finden. Telefonzellen teilfinden. Telefon reparieren. Na das Haas drin. Shut the fuck up. So... Mhhhh. Und so viel mehr gibt's gar nicht, oder? Da war noch... Den Pulli. Außerhalb des, eines Gebäudes... Escape in the boat. Wo war denn das Boot zum Beispiel? Ich will wieder mit demозможно. Ich bin am ganzen Wasser lang. Survive till the time runs out. Alter, ey. Boah. Wie gut das war gerade. Ich muss das auch erst mal verkraften. Ich renne jetzt mit Zuckerblatt zusammen rum. Selten so viel Spaß gehabt wie in diesen zwei Stunden. Mit wem? Xaxaxaxa. Läufst du auch mit ihm rum, oder was? Alter, sie danced. Yeah, Jarvis Residence. Da waren wir noch nicht. Ey, warst du eine crazy Party? Und da sitzen ein paar Leute rum und eine geht auf den Tresen ab. Oh. Oh, das ist mein... Das, wer ist der Jason? Einer von uns? Ich nicht. Ich auch nicht. Auch nicht? Geil, wir sind wieder Survivor. Perfekt. Okay, ich habe gerade das Zeichen für Telefon... Also die Phonebox muss irgendwo in der Nähe sein. Ja. Oh, ne. Er ist bei mir schon. Oh. Simon, du bist auch bei mir. Er ist da, er ist da bei der Telefonzelle. Simon, wir müssen abhauen. Okay, ich sehe es ja. Ich habe übrigens die Telefonzellensicherung. Komm, lass hier direkt aus dem Fenster raus. Alter, nee, er ist da. Direkt aus dem Fenster raus. Ja, okay. Der ist, wenn er ums Haus rennt. Aber nicht rennen, oder doch? Sollen wir rennen? Ich glaube, er ist direkt, er muss irgendwo bei uns sein. Ja, schreien hilft doch nichts. Wollen wir hier ins Haus? Ja, erstmal. Okay. Ich höre, aber auch so Sound, dass er zu mir kommt. Ich verstecke mich hier. Du suchst dir etwas, was ein ist. Okay. Vielleicht ist ja noch eine. Ist da noch ein Versteck? Hau ab. Ich weiß es nicht. Hoffentlich ist Zuckerblatt jetzt nicht. Nee, wer ist denn? Ist da was zum Verstecken, Bude? Ja, ist es. Ist es was. Sag Bescheid, wenn du willst. Wir können doch zusammen gehen. Oh Gott, hier liegt eine Leiche in der Badewanne. Ich raste aus. Okay, ich gehe raus. Nee, 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 nee. Oder? Ah, ich habe ein... Sehr gut, ich habe ein Taschenmesser gefunden. Okay, Musik ist weg. Das heißt, er ist auch weg. Also, Jarvis habe ich schon gerufen. Nice. Also, wir wissen... Warte mal, auf der Karte... Scheiße, noch keine Karte gefunden. Im Süden... Rechts unten im Haus. Das Haus, was am weitesten südöstlich ist. Da ist die Telefon-Dingsbums drin. Ich habe die Telefonzellen-Sicherung. Ach, hast du? Ja, ja. Dann müssen wir in das Haus zurück, wo der gerade war. Ich will da auch hin, in das Haus. Okay. Dann lass es da reingehen, hier durchs Fenster direkt. Ja, okay. Ist das nächste Haus, oder? Ja, genau. Okay. Da, wo wir herkamen. Okay, ich laufe, ich laufe. Es kann halt sein, dass er noch irgendwie da ist. Aber die Musik ist aus. Glaube ich nicht. Läufst du? Na gut, ich laufe nicht. Nee, nee, ich jogge. Naja, diese Mittelstellung, ja. Die nehme ich. So, hier mit rein mit dem Ding. Ach, es ist nicht im Haus. Es ist gegenüber. Ach, echt? Oder außerhalb des Hauses. Äh, Fallen? Was ist denn hier los? Ach, das ist eine Bärenfalle. Oh nein, er ist da, er ist da, er ist da. Alter, warum eine Bärenfalle? Alter, hat er die da hingelegt? Alter, okay. Okay, ich muss abhauen. Hab ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Oh, ist das Fitter. Oh, bei dem Telefonhaus, oder was? Ja, genau, beim Telefonhaus. Da liegt jetzt auch die Sicherung. Okay. Und ein halbes Gesicht. Wer kommt da hin? Andi, bist du das? Ich komm, nee. Ich bin gerade in der Mitte von der Karte. Einer kommt zum Black... Ah, shit, er ist bei mir. Ich muss rennen. Blackfoot Camp, oder was? Ja, genau, vorsichtig. Der ist hier. Der ist beim Blackfoot Camp. Siehst du ihn? Ja, ich hab ne Waffe. Er ist hinter mir, ne? Ja, aber ich werde ihn beschießen. Ja, okay. Ich hab auf ihn geschossen, aber ich hab ihn nicht getroffen. Okay, er ist auf dich zurückgegangen, vorsichtig. Er ist nicht mehr bei mir. Andi, da wo du gerade bist, da an der Sicherung, da liegt ja auch die Sicherung. Nein, Andi, geh da mal hin. Geh da hin, nimm die Sicherung und pack die in den Kasten. Wo ist denn die Sicherung? Ah, da. Nee, das ist ja nicht. Der kommt, der kommt, der kommt, der ist ganz in der Nähe. Ja, wenn du rennst. Ja, aber das ist mir egal. Ich wusste, ich brauch Hilfe. Warte, 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 warte. Ich komme, ich komme, ich komme zu dir. Ich versuch zu kämpfen, Andi. Versuch da. Ja, er hat ihn. Shit. Hilf mir, hilf mir. Ah, herausfinden, herausfinden. Hilf mir, hilf mir. Ich komm, ich komm. Alter, er weiß ja. Nein, nein, nein. Okay, au, du bist tot. Au, mein... Au, au, au. Nein, Spinner, hör auf. Aua. Aber ich leb doch noch. Ich hab doch nur ein Bein weg. Mensch. Okay, scheiße. Also, die Sicherung liegt jetzt so ein bisschen näher am Wasser. Eddie, was geht bei dir? Wo bist du? Auf dieser Insel in dem Haus. Oh, ich bin Tommy Jarvis. Okay. Seht ihr das im Osten, diese Insel, da ist ein Haus, da bin ich. Lustig, ich bin jetzt genau vor der Sicherung. Alter, ja gut, aber dann ist er ja auch direkt da. Nee, er hat sich wegteleportiert. Er ist einfach, er hat sich wegteleportiert dann. Okay, wo ist die Sicherung? Immer gleich, ich glaub noch da, wo du sie gelassen hast. Nicht in meiner Leiche, oder? Ich glaub, ich hab's nicht geschafft, sie aufzunehmen. Ach so, der hat sich nur erschrappen. Ich versteck mich kurz im Zelt, okay, bis, sieh mal, oder soll ich zu dir kommen? Nein, nicht das Ding. Oh Gott, er hat die, du Vollidiot. Was? Nicht austauschen, die Schrotflinte gegen den Haken. Okay, so, ich habe die Sicherung. Okay, dann komm ich jetzt zu dir, weil wir uns zu zweit verteidigen. Ja, dann kannst du die Polizei anrufen, so hab ich's verstanden. Das geht ja schnell. Ich lauf jetzt auch einfach vollkommen stumpf. Genau, diese Minigames machen. Fertig. Fett. Und jetzt müssen wir telefonieren. Okay, mal schnell. Du kommst ja auch gerade, seh ich. Ach, da ist das scheiß Schiff. Okay, wir können auch das Schiff reparieren. Was zuerst passiert? Mir ist eigentlich egal. Außer weg. Hier ist das Telefon. Ich ruf an. I need you to listen to me. Jason Voorhees has returned. He's killing my friends. We need you. Oh my God. We need you here right now. Please. Oh, oh, da ist er. Da ist er. Polizei. Er ist hinter einem von euch. Das muss der andere sein. Oh shit, der hat sich zu mir geblieben. Der Fotzfucker. Wir haben auch die Dings bekommen, dieses Signal. Er ist hier im Haus irgendwo. Simon. Sicher? Ja, auf jeden Fall in der Nähe. Das Krisseln hast du doch mitbekommen, oder? Ich hab's mitbekommen. Ja, ja. Ich frage mich nur gerade. Also, wir bleiben erstmal hier im Haus. Ich sichere, ich sichere. Ah, der kommt da. Er kommt durch die Tür gleich. Achtung. Links vor dir. Oh shit, ich bin hinten. Okay, dann aus dem Fenster raus. Oh, abhauen. Oh nein, ey. Oh nein, ey. Ich glaube, der ist. Okay. Simon, wo? Shit, er ist bei mir. Ich kann ihn nicht lokalisieren, schon wieder. Und ich komm nicht raus. Ist er bei dir oder bei mir? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er sehr nah bei mir dran. Ey. Er ist bei mir. Er ist hinter mir. Okay, ich komm zu dir, aber es dauert. Oh Mann. Du bist durch meinen Körper durchgelaufen. Ich hab ihn angeflerrt. Oh shit, ich bin so weit weg. Ja, sehr gut, sehr gut. Hau ab, hau ab. Ja, ich versuch's. Scheiße, ich hab keine Waffe mehr. Da, wo du gerade lang laufst, lauf weiter. Ich glaube, jetzt können wir an die Schrotfläche. Scheiße, 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 scheiße. Ich hab gar keine Schrotflinte mehr. Ich hab gar keine Schrotflinte mehr. Wo ist die Schrotflinte? Oh nein, oh nein, oh nein. Scheiße. Okay, Simon ist tot. Ey. Hat die Schrotflinte nur einen Schuss? Oder was? Hat die nur einen Schuss? Das ist ja kacke. Oh, wie dumm, ey. Ich bleib bei Strikabit. Oh Gott. Oh Gott, hab ich mich erschrocken, ey. Oh, er ist hinter dir. Nee, er bleibt stehen. Doch, jetzt läuft er hinter dir. Jetzt beamt er sich. Lauf doch. Ah, shit, fuck. Er ist direkt hinter dir. Ich hab nichts mehr zu kämpfen. Oh, ich hab noch ein Taschenmesser. Ja, du bist noch schneller. Du musst drei Minuten durchhalten. Oh, scheiße, ich hab keine Stamina mehr. Na, noch ist er nicht da bei dir. Vier, drei, zwei. Oh. Woher scheint denn die Polizei eigentlich? Scheiße. Ah. Ich wollte, dass du mich greifst, Mann. Diese Tür, ey. Hat dich gefällt. Oh, Mann, ey. Das mit dem Greifen, wegen dem Messer. Ja, aber hat nichts gebracht. Oh, hier hat jemand Sprit fürs Boot. Psycha Bleed hat Sprit fürs Boot und ist gerade am Boot. Vielleicht geht ihr da jetzt alle schnell hin. Ich glaub, der haut ohne euch ab. Ja, das macht. Wär ich echt enttäuscht von ihm, ne? Er füllt schon mal ein. Er geht ins Boot. Er macht den Motor an. Und er fährt. Paul, ich hab hier die Kamera auf ihn, ne? Doch, der fährt weg. Und er sagt noch, fuck it, let's get out of here. Er fährt dann wirklich weg. Er haut einfach ab, ey. Jetzt echt? Ja, aber warte, vielleicht holt er euch noch. Ne. Doch, er fährt rum gerade. Doch, der fährt tatsächlich rum. Alter, er fährt wirklich rum. Besucht euch. Ich bin da halt nicht. Nicht sein Fehler. Er kommt. Oh, Jason kommt. Zu Bane. Jason ist unter Wasser. Man sieht es in diesem roten Punkt, ey. Oh, wie geil. Alter, er fährt halt echt rum. Weil er nicht weiß, wo es rausgeht wahrscheinlich. Ja. Oh, Mann, oh, Mann. Wo ist das Boot? Ey, der Typ kommt und holt mich ab. Oder fährt er zu Boje da oben? Er dreht wieder? Nein, komm mal weiter. Er weiß ja, glaube ich, nicht, wo du bist. Oh, oh. Roter Punkt im Wasser. Er hat ihn. Roter Punkt im Wasser. Nein, er hat ihn. No. Und er ist deshalb wieder. Ah, da war es. Weiß einer, wo die Polizei erscheint? Ne. Ne, leider nicht. Vielleicht da, wo wir gerufen haben. Das wäre am Rand, wo zwei einzelne Hütten sind und ein Feuer. Irgendwo am Rand. Noch einer Minute, dann kommt die Polizei. Das ist eine ganz schön lange Minute. Ich guck noch mal kurz nach. Das ist eine lange Minute, ey. Oh, Alter, das war spannend gerade. Wäre einfach abgehauen. Wie viele leben denn noch? Ertrunken, ermordet, haben wir leben zwei Stück. Du musst zur Hauptstraße. During this time, we should head toward the main highway. Ja, da bin ich in der Nähe zumindest. Die Polizei zahlt entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Ich habe das Gefühl, dass du schon ganz gut dabei bist, Ede. Genau, du musst irgendwie zum Haupt... Haupt... Das ist wahrscheinlich da, wo der Typ in dem Haus wartet. Ja, wahrscheinlich, ja. Scheiße. Also, was so ein Major Highway aussieht, mehr steht da auch nicht. Okay, wir sehen es jetzt bestimmt gleich. Hoffentlich. Ja, wenn der andere Typ läuft, meinst du, ne? Mhm. Drei Sekunden noch. Das Problem ist, wenn er da hinläuft, okay. Da hinten, die Polizei kommt. Ich sehe sie, ich sehe sie. Seht ihr sie? Da oben. Ach, du Scheiße, ist weit weg. Oh Gott, Jason ist bei dem anderen Typen. Ja, echt? Ja. Dann renn, jetzt renn. Ja, Jason ist bei dem anderen Typen. Du schaffst es, Ede. Renn dir wie der Wind. Ist er immer noch bei dem anderen Typen? Ja, ist er. Ja, ich muss jetzt schwimmen. Go, go, Eddie! Jetzt, jetzt, der andere Typ ist entkommen. Ich sehe Jason noch, aber der portiert, ne? Ich sehe Jason im Hintergrund noch. Komm, gib mir Stamina. Da ist der andere Typ. Shit. Boah, ihr schafft es beide. Er bleibt stehen. Oh, oh, er ist direkt da. Jason? Ja. Scheiße! Da ist eine Brücke. Er stellt sich in die Brücke, Digga. Jason stellt sich in die fucking Brücke, doch. Ede geht schon mal nicht als Erster rein. Ah, der hat sich gesehen. Ede, er sieht dich. Er sieht dich gerade. Ich sehe ihn aber auch. Ey, wenn der Typ mich mit der Flair trifft, dann könnt ihr beide an ihm vorbeirennen. Ich habe noch Böller. Das macht mir der Typ. Ja, dann zieh ich den Böller drauf. Aber auf die Entfernung. Oh nein, der Typ ist jetzt auch bei dir. Der läuft voll auf dem Zuh. Oh nein. Er hat die... Jetzt, jetzt, jetzt! Eddie, renne! Durch, durch, durch! Eddie, Eddie, renn! Rennt noch! Was macht ihr? Jawohl, Eddie! Er beamt sich. Er ist bei dir. Ah, du hast noch mal Glück gehabt. Alter, Eddie hat es echt geschafft, ne? Oh, 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 der andere schafft es auch noch. Felsch. Wieso schießen sie nicht auf ihn auf der anderen Seite der Brücke? Jetzt. Jetzt schießen sie mit. Ihr habt es wirklich geschafft, ey. Oh, mein Herz. Das war richtig spannend, gerade. Nein, weiß. Nicht schlecht. Gut gemacht. Du überlebt. Also es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, indem man sich einfach nur irgendwo in Gebüsch stellt, geduckt, nichts macht, wartet, bis er alle anderen kiltert und ganze Polizei rennt. Das ist dein Spiel. Ich sag nur, es ist eine Möglichkeit. So, ein letztes Mal noch Werbung für diese Session und dann eine schaffen wir noch. Eine machen wir noch. Eine machen wir. Okay, bis gleich. Bis dann. Heiaja. Deine Ex-Frau. Wir kommen zurück. Mein rechtes ist immer noch. Die ist, der 31,10. Wir spielen immer noch Freitag, der 13. Und, ähm, spielen jetzt einfach weiter. Eine schaffen wir noch locker, denke ich mal, ne? Okay. Eine geht noch. Erdick, herrannst du alles vor? Ich mach hier schon mal... Genau, während ihr vorbereitet, kann ich mal schnell die Perks hier zeigen. Ich hab mir nämlich gerade ein paar erspielt und werde mir gleich noch einen weiteren erholen. Und zwar habe ich das hier bekommen. Du beginnst mit der großen Karte, verleiht einen geringen Widerstand gegen Angst-Effekte. Und dann hab ich noch mal dieselbe, die hat aber andere Werte, wie man sieht. Und zwar Sprintgeschwindigkeit verringert. Also werde ich die hier verkaufen. Und dann hab ich noch das hier, die könnte echt gut sein. Äh, take less damage. Ähm, und ich hab, glaub ich, ne... Ein Basie von Anfang an. Ein Basie? Total vorbereitet, ja. So. Mach das jetzt hier so. Das ist eine Karte, ey. Wahnsinn. Ich hab da ein episches Ding. Ich guck nochmal ganz kurz. Hast du ein episches was? Hast du eine private gemacht, oder? Jetzt sind nur... Ah, da kommen sie. Alles klar. Kleins XXX. Ich hab so ein Epic-Ding hier. Teamarbeit. Für jeden Mitspieler in deiner Nähe nimmt deine Angst schneller ab. Ice Storm. Ich kauf mir jetzt einfach ganz viel Shit. Irgendwie macht es Spaß, ne? Du willst immer nochmal würfeln und nochmal würfeln. Ja, ich hab eh so viel gesammelt. Leicht, wenige Geräusche im Sprinten erzeugen. Oh, der ist gut. Das ist echt gut. Und einfach nochmal. Berserker. Nahkampfangriffsschaden bei Axt. Denk dran, du musst ihn noch annehmen und noch annehmen klicken. Mh, ich beleg gerade ungewöhnlich in der Fall. Das ist auch geil. Okay, dann machen wir das. Annehmen. Wir warten natürlich schon alle so ein bisschen jetzt auf euch, ne? Das wisst ihr schon. Ready, ready. Ich hab einfach als Fähigkeit, dass Jason mich mit diesem Instinkt nicht sehen kann. Das ist eine sehr seltene Fähigkeit. Also so total rare. Episch oder was? Eine epische Rote. Ist nicht schlecht. Super. Voll. Trotzdem findet er mich dauernd. Aber so kann ich mich einfach in den Schrank hocken. Irgendwo. Und keinen Sound machen. Das mach ich jetzt. Das mach ich jetzt. Einfach in den Schrank. Ne, aber das bringt ja nichts. Wir werden so ja nicht gerettet. So, Eddie, hast du irgendwas herausgefunden, was super wichtig ist? Ja, ne. Aber ihr könnt, wenn ihr die Map drückt, dann seht ihr da übrigens auch rechts die Sachen, die man machen muss, die man machen muss. Die Map drückt dann auch schon so, wenn schon was davon erledigt wurde, wird's abgehackt, oder? Genau. Abgehackt. Wird's dann erledigt. Oh. Oh. Ah, Messer in die Stirn. Aua. Wurfmesser, nicht schlecht. Sportlich. Aua, aua, ey. Funkspruch von Tommy Jarvis. Nice. Alter, das kann doch nicht sein, dass der schon hier ist. Wo ist er denn? Wo ist er? Wo bist du? So, nehmen wir ein Gewehr. Ich bin im Stillwater Camp und bei mir ist auch ein Auto auf jeden Fall. Falls ihr schon eine Karte habt. Ja, ich guck mal. Land, dann mal versuchen mit dem Auto zu entkommen. Eddie, was geht bei dir? Ich hab die Autoschlüssel. Ich hab keine Ahnung, die hat diese Beamen. Ich glaub, er ist wieder weg. Ich hab mich unter dem Bett versteckt. Denkt dran, also euch mal zu melden, wenn ihr Sprit oder... Ja, Batterie findet. Autoschlüssel, braucht man. Autoschlüssel hab ich. Ich hab Autobatterie hab ich. Okay, sehr gut. Hat jemand Sprit? Nee, oder? Die Musik wird bei mir so laut, aber ich weiß nicht warum. Sprit. Okay. Sprit, Sprit, Sprit. Oh shit, er ist bei mir. Ach nee. Oh Gott. Böller. Was geht das? Ich beweg mich grad nicht. Oh Gott. Ich bin auf dem Klo. Ich bin auf dem Klo verschanzt. Geil. Okay, Autobatterie ist drinne. Wir brauchen nur noch Benzin, dann können wir mit dem Auto fahren, Leute. Okay, kann ich den Schlüssel jetzt auch schon mal da hingehen? Oh shit, er hat mich. Er hat dich? Moment, ich helfe. Ich helfe, 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 helfe. Bei welchem Auto bist du? Ich hab natürlich... Ey, warum hilft das nicht? Ich hab doch gerade geschossen. Boah. Alter. Aber immerhin hab ich die Autobatterie reingemacht. Ich seh nichts. Ach, scheiße. Jetzt hat er dich auch. Mich hat er auch, allerdings... Ich konnte den Autoschlüssel nicht reinmachen. Oh nee, nicht das rausreißen. Was brauch ich noch? Knie! Knie! Ich hab mich sehr dumm verhalten. Oh nein, Esther. Oh shit, er ist bei mir. Ich muss abhauen. Oh, ich komm als Jarvis zurück. Dann hat wohl schon jemand gefunkt, wa? Oh fuck, er ist bei mir. Er hat dich. Oh fuck. Eins, 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 eins. Shit! Aua. Oh, au. Au. Bäh. Au. Mann, ey. Wie brutal der Typ ist. Ach. Was ist das? Einfach nur, einfach nur hart. Aua. Ich hab Kohle. Kann man das Auto nicht auch mit Kohle betreiben? Icestorm. Ich liege vor dem Auto und da liegt auch der Schlüssel, falls ihr irgendwann dazu kommt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es der Richtige ist. Ich brauche noch Benzin. Andi, ich bin bei dir drauf. Wer entfällt? Der zerschlägt hier meine Fenster, kann das sein? Ist er weggegangen? Das Licht ist aus. Wieso ist denn jetzt hier das Scheiß? Ach Gott, er ist schon da. Oh, er ist bei dir. Er ist von mir abgehauen, ne? Er hat abgelassen. Also zumindest soundmäßig, aber das Strom ist halt ausgegangen. Alter, er ist jetzt bei Eddie, ja? Geil. Achtung, jetzt bewegt er sich wieder. Er hat dich gesehen. Äh. Oh, wieso kann der denn so einen kleinen Hügel nicht hochlaufen, ey? Albern. Was ist hinter dir? Ist weggebeamt? Ah, da ist hinter dir. Shit. Alter, sauber. Jeder hat es geschafft. Sehr gut. Schaffst du es. Jetzt hat er sich gebeamt. Boah, hab die Scheiße. Da ist er. Alter. Guck mal, wie sie zugucken einfach nur. Er ist aber nicht bei mir in der Nähe, oder? Warum hab ich denn so viel Angst? Ich muss mal ein bisschen Wärme, irgendein Licht. Aua. Ach. Will ich irgendwann mal Strom oder so? Bitte. Bitte. Ich hab voll Angst. Du hast richtig Angst. Warum? Warum? Weil ich keine Karte hab und nichts. Und... Oh Mann, oh Mann. Ich ruf irgendwo an. Sie steht einfach nur rum und macht nichts. Was kann ich... Wie benutzt ihr das Funkgerät? Na, jetzt rennst du, ne? Jetzt ist es zu spät, du Affe. Hallo. Hallo. Wie kann ich... Was mach ich mit dem Funkgerät? Ja, dann kannst du nur mit den anderen Leuten reden, die auch ein Funkgerät haben. Ja. Das gibt mir Sicherheit. Ich hab immer noch keine Karte und ich... Ne, ich kann da nicht hingehen, Mann. Oh Mann, oh Mann. Come on, Andi. Ich bin ein bisschen zu ängstlich gerade. Ich hab... Ohne Karte ist man richtig... Richtig viel ängstlicher, ne? Alter, okay. Ne, das bist nicht du. Oh Mann, oh Mann. Okay. Jason ist auf jeden Fall nicht bei dir, Andi. Der rennt gerade einem anderen hinterher. Ja. Hier ist ein Telefon. Das ist nicht... Ja, dann kannst du die Polizei anrufen. Ja, aber das... Jetzt fehlt die Sicherung, wa? Ach scheiße. Das ist kein Strom. Ah, okay, der andere hatte gerade... Autsch. Zwei Aktive abgekriegt. Und ein Messer. Und ein Messer. Oh, Bessi ist so abgesch... Aua. Noch schnell so... Pssst, pssst. Bis dem Deo. Ja, genau. Oh, der wärts sich. Alter, der ist aber echt stark, ey. Wahnsinn. Der wärts sich. Nicht schlecht. Ah, hier. Oh. Da fährt die Sicherung. Du hast auf jeden Fall gerade Zeit. Jason kämpft gerade gegen andere Kollegen. Ja, mein Typ hat nur so viel Angst, Mann. Es wird hier immer dunkler, was ich... Ach, so viel Angst hast du schon? Ja, nee, du bist einfach in einem Haus, wo kein Strom drin ist. Ja, aber trotzdem, er hat einfach so mega viel Angst irgendwie. Autsch, der andere... Ah, Autsch. Autsch. Alter, hält der viel aus. Ich hab gar nicht so viel Angst. Der geht einfach weg. Warum? Jason geht einfach weg und lässt ihn da. Warum lässt er ihn denn leben? Das hat er bei der anderen Tante auch schon gemacht. Is that a person? Er mag es einfach, seine Opfer zu kriegen. Vielleicht gibt's denn wer ET? Ja, glaub ich wirklich, ey. Also, irgendein Grund... Oh! Ich hab... Du gehst deine Schotty nicht, ne? Ja, ich weiß. Ich will die nicht vergessen. Wo ist er denn? Da geht er weg. Alter. Du mal, der blickt von den Typen, ey. Regie, könnt ihr das mal zeigen? Ja, okay, jetzt klettert er gerade ins Fenster rein. Alter! Hast du ihn erwischt? Betäubung wären 100 Jäger. Bäm! Alter. Oh, das steht wieder auf. Super. Oh, wie er sich einfach fies neben dich gespawnt hat. Ja, das war schon geil irgendwie. Aber ich hab auch noch ein Messer. Er hat sich ja die... Wie benutze ich das Messer gleich? Ne, nur wenn er dich greift. Kannst du quasi einspannen. Eins spammen. Guck mal, er lässt sich wieder leben, ey. Ich raff das nicht, was der macht. Jetzt geht er wieder. Tatsächlich, aber warum? Der quält dich gerne. Ich verfolg' ihn, Mann. Ich hab auch noch Knaller, glaub ich. Da hinten ist Hell, glaub ich, hinter dem Auto, oder? Ja, da ist von mir noch ein Spray. Andi, dahinter, hinter. Ja, ist es. Wo unten. Bei der Gelegenheit kannst du noch den Schlüssel mitnehmen. Cool. Ach, wie das aussieht. Okay, erst bei der Frau. Du hast schon so eins, Andi. Benutz das erst mal. Ja, ich... Und dann nimmt das andere noch mit. Oh, das war das falsch, ja. Schön Party machen, ey. Warum seh ich auch denn, wenn ich zu viel Angst hab, sah ich mein Inventar nicht? Weil der terrorisiert wirklich nur, ne? Ich glaub auch, ey. Er spielt echt einfach nur mit euch, ne? Aber ihr macht ja auch nicht wirklich viel. Die anderen stehen ja auch fast nur rum. Obwohl, einer bewegt sich jetzt. Könnte ihm ja nicht wirklich entkommen im Moment. Oh, der biebt sich wieder weg. Da ist er wieder. Nice, Andi. Jetzt kill ihn doch. Und Messer 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Alter. Ich bin total voller Blut, Mann. Wenn das meine Mutter sieht. Hast du noch ein Hellspray? Ja. Nice. Hey, du bist doch, was ist denn los mit dir, Frederik? Du heißt gar nicht Frederik. Ja, Son. Ja, Son. Sonja. Ey, kannst du mal ausspielen. Ey, was ist denn mit mir? Warum, warum? Und jetzt geht er wieder, oder was? Ey, das ist tatsächlich... Ey, was macht denn der an dem Haken da? Der nimmt sich Wurfgeschosse. Ah. Okay. Jetzt bist du weg. Möglicherweise bist du weg. Wo du bist. Ich konnte nicht mehr, Mann. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Nee. Das war... Ich konnte nicht mehr. Ich war zu hart, Mann. Ich konnte nicht mehr. Das ist auch echt widerlich. Genau das wollte er erreicht. Das ist fast schlimmer, wenn er nicht... Wenn er dich... Ja. Oh, Mann. Und jetzt hat er die Frau... Das war's. Ich hab nicht mehr, Mann. Er läuft jetzt einfach mit ihr rum. Ich will auch nach Hause, ey. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ja, ich glaub. Es hört einfach nicht auf. Nee, der will das... Guck. Die haben alle keinen Bock mehr. Ah je, ey. Ja, wollen wir noch zugucken, oder soll man aufhören jetzt? Fick, kommt der mal zu einem Handy jetzt hier. Bisschen spooky ist es schon, dass er das so extra macht, oder was? Was ist denn gerade passiert? Was ist jetzt passiert? Ich hab's nicht gesehen. Sie ist rausgegangen vielleicht. Ja, das kann sein, ja. Aber wieso? Ich glaube, sie hatte auch keinen Bock mehr. Das ist der letzte jetzt, ne? Das kann nicht mehr lange dauern. Doch. Wenn er sich richtig Zeit nimmt wieder. Aber der ist auch super verletzt. Er kann nix mehr. Aber er hat einen Stungun. Ne. Oh, da ist es. Oh, er hat ihn. Und durch die Wand kommt er. Ah, da ist er. Ja, und jetzt? Ach, er macht so ein Ding in die Wand, glaube ich. Ne, da sind Messer drin. Ach, Wurfmesser. Ja, ey, was für ein Spacko. Wirklich, man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Was macht der denn jetzt? Also, ich meine, das ist... Der lässt ihn einfach entkommen. Sonst schafft er. Der macht halt richtig einen Aufhaurohr. Ja, komm, geh nochmal spazieren. Das ist so ein... Ja, okay, aus der Perspektive. Aber für alle anderen ist es langweilig. Äh, 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 äh. Aber sehr gutes Roleplay. Ein sehr gutes Roleplay. Fragwürdig. Ja, kommt. Jetzt kill ihn doch endlich, Mann! Ja, wenn er ihn jetzt wieder loslässt. und einfach hinwirft. Ja, der ist durch. Das ist fast interessant, aber ich will das nicht mehr sehen jetzt. Jetzt soll er nicht killen. Er will ihn, glaub ich, irgendwo gegendrücken oder so. Nee, er will ihn einfach. Oder aber es gibt irgendeine Besonderheit, wenn er das zu seiner Mutter bringt oder sowas. Was weiß ich? Achievement oder so. Oh ja, das kann aber echt sein. Ach, das könnte sein. Weißt du, das ist ... Okay, lass mal abwarten. Ob das ... Dass er den Versuch zu seinem Dings da zu bringen. Zu seinen Shad, ja. Ist das nicht sowieso sein ... Nee. Doch, geht's hier nicht runter? Ist das nicht im Keller irgendwo? Oder ist das das Shack da in der Ecke? Mann, der soll doch sich jetzt auch mal nicht sozieren. Du bist Opfer. Aber der ist einfach unmöglich. Der ist auch recht lang dabei, ne? Ja, ey, boah. Ist ja nur in Theorie. Ich guck jetzt nach, weil mich das interessiert. Ey, das klingt total smart. Warum ... Ja, aber das kann ja noch Stunden dauern, wenn er immer wieder wegkommt. Ja, zugegeben. Ich würd trotzdem gerne noch gucken. Oh, vor dem Feuer tötet er ihn. Nein, der trägt die nur raus. Nimm ihn doch Huckepack oder ... Oh! Ah, nach oben. Was macht er jetzt? Na, da solltest du jetzt aber ... Da bist du jetzt in der Sackgasse. Er hat wahrscheinlich wieder eine Bärenfalle vor's Fenster gelegt und er will, dass er da runter springt. Das Spiel ist schon ein bisschen ... Toilette ertrinken. Toilette ertrinken. Oh! Ja! Alter Falter, ist das bitter, ey. Wie krass. Er zieht's einfach durch. Er wollte das. Das war von Anfang an sein scheiß Plan oder was. Ja, wirklich. Der Kill fehlt ihm noch wahrscheinlich. Wow! Krasser Typ, ey. Ja, ich geh grad die Achievement-Liste durch, aber fuck. Das hat mich relativ pervert nur aufhören. Ja, das hat mich jetzt fertig gemacht. Mama, ich bin wieder da. Ich hab tatsächlich einen im Klo ertrinkt. Wie du es dir gewünscht hast. Vielleicht gibst du den anderen ja auch ein Achievement. Du wurdest im Klo ertrinkt. Oh, ist das bitter. So, Freitag 13 hinterlässt uns perplex, verstört. Auf jeden Fall. Oh, ich bin Level 9. Ich auch. Ich bin fast Level 10 sogar. Wir hatten Spaß. Wir haben was gelernt. Wir sind besser geworden. Wir haben zweimal fies abgelacht. Wir haben sehr viel gelacht. Ich glaub, wir können noch eine Map, hat die Regie gesagt. Echt? Wie spät ist denn das? Sechs. Also, Zeit der Aus... Also, die Aufzeichnung ist. Ja, ja, ja. Das, was ihr jetzt seht, ist nicht mehr. Das hat keiner mehr so richtig Bock, oder? Naja, das war grad ein bisschen antiklimatisch, wie der einen so... Ja, das war also dieses... Sollen wir noch mal einen Vierer machen? Ja. Wo einer von uns Jason ist? Ja, das find ich gut. Ja, komm. Okay, komm. Das gefällt mir sehr. Fehler. Gruppenleiter hat die Gruppe geschlossen. Gruppenleiter hat die Gruppe geschlossen. Gruppenleiter. Bitte neu einladen. Alter. Ah. Einmal durchschnaufen, ey. Ja, wirklich. Das ist schon ganz schön fordernd. Was das alles? Nervlich sehr fordernd. Alter, Walter, ey. Ey, 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 ey. Bläh, bläh, bläh. Wusch, wusch, wusch. Wisch, wisch, wisch. Wisch, wisch, wisch. Wisch. Aber das haben sie echt... Also muss man sagen, das ist echt ein ziemlich intensives Spiel, ne? Mhmm. 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 Ja, auf jeden Fall, ja. Hab ich noch irgendwas, was ich bei Jason ändern kann? Auf jeden Fall. Alter, Stufe 44 gibt's? Frag mich auch, wie man das erreichen soll, das dauert so ewig. Der Typ, der grad eben dabei war, der hat Stufe 44. Ja, wir sind jetzt Level 9, ne? Und haben wir bei 0 angefangen? Nee, Quatsch. Auf den Accounts warst du schon drauf. Oh, ich hab einen, damit kann ich besser wegschwimmen. Geh bereit. Das ist eine gute Idee. Okay, letzte Runde. Komm, get ready. Entschuldigung, tut mir leid. Okay, es geht los. Jarvis Haus. Jarvis? Jarvis. 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 Vicky Jarvis. Jarvis. Gruselig. Jugendleiter können mit dem Auto fliehen, wenn sie vor Benzin eingefriht, die Batterie eingesetzt und den Autos... Was ist das eigentlich für Autos, wo alles fehlt? Ja. Ein Chassis nur. Dumm, ne? Dann haben wir gleich zwei davon. Äh, 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 äh. Äh, äh. Äh, 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 äh. Ah, äh, 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 äh. Boogie on the 9! Oh, 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 oh. Aua. Also, ich glaub, ich bin's nicht. Zumindest ist das nicht der Jason, den ich ausgewählt hab. Das könnte ich sein. Nee. Oh, der ängstliche Andi. Oh, es ist Andi. Andi. Mieses Schwein. Alter, echt, ne? Blicken sie alle um, Jason. Oh, jetzt können wir schon wieder nicht reden, ey. Ey, dieses dumme Kiki-Ki-Ki-Ha-Ha, ist das auch tatsächlich ein Indiz, dass jemand in der Nähe ist? Nee. Ich glaube, das kommt einfach nur, um zu nerven. Das tut es gut. Und es geht Kiki-Ki-Ma-Ma-Ma. Ha, danke, der Jason-Experte. Oh, das ist ein... Alter... Danke. Na gut. Warum kann man hier eigentlich keine Uzi finden oder so, oder eine AWM oder so? Ach, fuck. Was ist los, Ed? Ich bin schon tot. Wie, echt jetzt? Oh. Wieso immer zu mir zuerst? Warum ist immer mein Haus das erste? Ich wusste nicht, dass du es bist. Ich hab dich einfach... Du warst so laut. Deswegen, jetzt hast du deine Antwort. Warum? Zu laut. Ich hab nicht einmal Jason gespielt. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel darauf reagiert, wegen der Spielanzahl, das Gebiet halt kleiner zu machen. Oder... Ah? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Okay, Simon. Ist er bei dir in der Nähe, Simon oder was? Er ist vor dem Haus, ich bin grad so schön da, ach was, das kannst du sehen, das ist ja ungewöhnlich. Au, oh, ich wurde glänzt, gefuck, glänzt, gefuck. Timon, bist du weggekommen? Nein, er ist doch hinter mir. Okay. Hilfe! Ja, ich bin glaub ich weit weg, ich versuch zu dir zu kommen. Nee, warum, du kannst mir ja, wie sollst du mir denn helfen? Nee, wir müssen eh mehrere sein, um zu überleben, also wahrscheinlich. Ich bin einiger, halt, 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 halt. Ist er drin? Ich seh's nicht! Nee, der Kopf von außen. Der Verschissene. Macht mal bitte was! Ich versuch das Funkgerät zu finden, damit er nicht wiederkommen kann. Ganz alleine, ganz alleine bin ich, Messer eben ins Gesicht hinein. Nein! Was hast du denn alles für Equipment in deinem Scheiß, Schuhranzen? Pfadfinder, äh, Hunter Schienlister. Ah! Ah! So, ich glaube zu euch. Mhm. Hm. Es gibt nur noch den Udi. Ich hätt gern einfach... Hallo, wo ist denn hier Shit? Ich würd einfach mal gerne... Udi! Ja? Nicht, dass du... Also du hast nicht mehr viel Zeit, dann ist er auf der Suche nach dir. Sagen wir's doch so. Hä? Was war das für'n Geräusch? Was? Renn doch jetzt mal alle! Wo ist denn dieses verdammte Funkgerät? So, er läuft zu dir, Udi. Okay, ja. Ich hab ihn schlagen hören. Er haut die Tür ein und jetzt geht er rein. Jetzt ist er in dem Haus. Bei Hollow Groove oder so. Ah, er ist bei mir. Ah, er läuft. Ah, wir gehen! Ah! Ah, Herr! Ah, nein! Ah! 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 Ah, nein! Spookiest Shit. Shit, ich seh ihn. Ja? Fuck, man! Ah, nein, nein, nein! Aber ich bin doch hier! Hab doch super! Schwimmen! Halt den Skill! Rauswinden! Rauswinden! Nein, nicht durch den... Ah! Da muss doch das Essen rein! Aua! Halt den Video, wie du einfach rüberlumpst, ey! Sorry, ich hab... Nein, 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 sorry! Ich hab mich nur wegen diesem orangenen Bildschirm da gewundert! Sorry, das hat nichts... Ich hab nicht geschummelt, tatsächlich. Okay. Scheiße. Ja, das ist bitter. Ey, ich... Ich glaub, ich hab das Gefühl, hier gibt's gar keinen... Gar keinen... Scheiße! Aua! Ich hab... Aua! Es ist nix da! Die ist nur noch am rumstolpern. Ah... Das ganze Haus leuchtet rot, wenn da einer drin ist, oder was? Achtung! Alter! Du läufst direkt auf ihn zu! Und hast dein Leben geschossen! Nein, das neben auch noch! Ja, genau! Ja, fuck! So mega unspektakulär, ey! Oh! Andi! Ja, komm schon! Denk an die Toilette! Von eben! Mach dasselbe mit ihm! Wo habt ihr immer diese Taschenmesser her? Die findet man in den Schubladen. Aber wo ist die denn jetzt hin? Ach ja. Ja, ich bin doch eh schon hart verletzt, ey. Ja, ja, ja. Wie diese Sicht auch kleiner wird! Ich kann überhaupt nix machen! Hää! AhhhhhH! Gleich wird sich gebeamt! Ich dug mich! Ich dug mich! Ach, scheiße, ey. Das bringt alles nichts. Ihr wollt es wirklich machen. So geht das ja nicht. Hier ist kein klo. Alter, du hast dich echt fallen lassen, oder was? Nein, du hast ihn geirrt gestrampelt. Finish, finish when you can! Ja, wir haben das Fenster noch aufgemacht. Er hat mich hineingetötet. Er hat mich hineingetötet. Hammer. Ding, ding, wong, wong. Stark, Andi. Nicht schlecht, Andi. Das ist natürlich auch interessant, wenn man mal selber Jason sieht oder spielt, dann weiß man natürlich auch, was der alles so kann. Das hab ich jetzt so hier gesehen und das ist ja schon ganz schön krass. Der kann sich beamen, der kann durch Wände gucken und immer sehen, wo du bist, dich one-shotten. Da fehlt ja nicht mehr viel. Fliegen vielleicht noch. Kann er ja durchbeamen. Saturday the 14th dann vielleicht. Das war zum 31. hier zu Halloween, unser Freitag der 13., unsere Spielsession. Ich glaub, jetzt spielen wir keins mehr. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Ihr habt die Schnauze voll jetzt. Ich werd immer als Erster getötet. Aber es war ein Riesenspaß. Das hat wirklich Spaß gemacht. Muss man wirklich sagen, macht mehr Spaß, als man denkt, obwohl es so ein simples Spielprinzip ist. Wir sind raus. Viel Spaß noch bei Halloween. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.